Oh mein Gott, das ist ja übel cool. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Wir haben jetzt leider keine Felder mehr. Ich würde mich auch einfach weigern, die neu zu bauen. Alle hintereinander, schön Gänse-Styles. Gänse-Styles. Hast du dich gerade selbst getötet, indem du dir Blut abgezapft hast? Jawoll, 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 jawoll. Es lädt rein, es lädt rein, es lädt rein. Es lädt rein. Ich muss so schnell wie möglich nach Hause fliegen und hoffen, dass mein Babyschwein noch nicht tot oder geworden wurde. Oh no. Oh no. Wo spawnt man rein, wenn man das erste Mal, also gleich bei euch im Base oder muss ich da irgendwo hinlaufen? Du kannst dir einen Spawnwind auswählen auf der Map. Okay. Merkt man, dass ich 44 Spielstunden in dem Spiel? Ja, ist alles gut. Das ist ja überhaupt kein Problem. Wir sind drin, wir sind drin, wir sind drin. Hans, ich lass dich im Stich. Das ist okay. Ich muss zur Base und schauen, ob mein Schwein noch lebt. So, dann bin ich mal raus aus dem Voice, schalte den Stream ein und dann hoffe ich wahrscheinlich in einen anderen Call, dem Kumpel von mir. Ach, ich muss seine, ich muss seine IP auch noch whitelisten, mache ich gleich noch. Ja, ja, ja. Also ich hab zumindest jetzt, wenn ich mit dem Agentavis auf Vollspeed fliege, hatte ich vorhin Rubberbanding und das ist jetzt weg. Also mit Agentavis können wir jetzt auf Max Tempo fliegen und jetzt ist halt gespannt, wie es mit den Petarana zu uns ist. Max Tempo, Agentavis Max Tempo. Die Achatina ist schneller als ein Agentavis. Pssst. Das geht schon. Das passt schon. Hanserich, wie sieht's aus mit Agentavis zähmen? Hast du gemacht? Wir haben den geholt. Einer. Einer ist gezähmt. Ich glaub, wir brauchen noch mehr Fighters für noch mehr. Ich hab dir den, äh, ich hab dir den auch reingepostet in den Dino-Spam tatsächlich, Schlose. Den, der da getamed hat. Warte. Ich glaub, das hat meine Uhr gefressen. Oh Gott, Ausdauer 18. Er schießt den Vogel. Nein, 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 nicht den Vogel erschießen. Guck dir den, guck dir den HP-Wert an. Ja, der hat zwei Punkte mehr. Aber du brauchst ja Ausdauer und Gewicht meistens auf den Augen. Ja, aber du brauchst ja den, du brauchst ja nur einen guten Stat auf einem der Elternteile. Ja. Ja, er schießt den Vogel. Ich will den empfehlen erst mal haben, um Fleisch dann zu fahren für den nächsten. Das ist im Traum dann doch relativ painful. Äh, Bia? Ja. Dir ging jetzt um das, äh, das schwangere Endro? Ja. Noch 40 Minuten. Oh, Gott sei Dank. Der Server war also die meiste Zeit down. Der Server war die meiste Zeit down, ja. Ja. Das heißt, wir zählen noch ein paar Agents, oder hast du was anderes vor? Äh, ich würde noch mehr zählen. Ähm. Vor dem Server-Wie-Start waren da noch 245er. Ja, vor dem Server-Wie-Start. Wir können endlich wieder spielen. Wir können endlich wieder spielen. Ach ja, äh, sorry übrigens an alle Leute, die bewusstlos bei uns in der Base lagen. Wir haben euch Blut geklaut. Ich habe es mir schon gedacht. Ich habe auch gegengefüttert, aber ab irgendeinem Punkt hattet ihr keinen Hunger und keinen Durst mehr, deswegen konnte ich euch nicht mehr gegenheilen. Ähm. Es war eine Blutspende. Ähm. Ich tausche gegen den Kuchen. So wie wenn man Plasma-Spenden geht und dann Kuchen bekommt. Wir haben auch immer die Nadel gewechselt zwischen den einzelnen Vorgängen. Echt? Ja, wir hatten jeden einzelnen. Es war alles steril. Ähm. Ein Extraktions-Kit gebaut. Theoretisch gesehen habe ich zwölf gebaut. Ich habe aber nur eins benutzt. I. Hier, das darfst du doch nicht sagen. Ups. Bin ich falsch geflogen? Nein, du bist richtig geflogen. Wirklich? Mhm. Das kommt mir so anders vor, aber. Ich war geradeaus weiter jetzt. Mit Aldo, was hast du denn in die Taschen? Zama. Warte, wir brauchen mehr Pfeile. Hast du noch 70? Ich habe dir doch nur 100 gegeben. Hast du nur 30 gebraucht. Ähm. Das sind normale Pfeile oder nicht? Ne, du hast 70 Narko-Pfeile im Winter. Ich habe 70 Narko-Pfeile im Winter? Jetzt nicht mehr. Ich dachte, das wäre noch 50, deswegen. Okay. Ich habe einfach vier Energy Drinks für heute Nacht. Ich werde bis um fünf in der Früh hier sitzen und glücklich sein. Hä? Du brauchst bis zum fünf Energy Drinks? Achso, ja, du hast ja nur vier Stunden geschlafen. Ja, vermeint, ich ziehe die Frage wieder zurück. Warum bekomme ich von der Otterfrau immer so komische Kommentare? Ich höre, es tut mir leid. Nee, irgendwo musst du ja ihre Frustration rauslassen mit der Otterfrau. Das war auch. Okay, also das Blut, was hier im Kühlschrank liegt, sollte auf jeden Fall reichen. Ja, 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 auf jeden Fall. Wir wollen auch mehr als einen Vampir haben, deswegen haben wir... Ja, wenn du einen hast, bekommst du extrem schnell Blut. Ja, ja, ich weiß. I know, I know. Aber wir wissen ja nicht, ob wir vielleicht zwei auf einmal holen oder so. To be safe. Dann haben wir einfach mal drauf losgeklaut. Was mich daran erinnert, Liki, wollen wir den dann jetzt einfach so holen gehen? Können wir ja machen, ne? Ja. Weil ich habe halt 40 Minuten Zeit, bevor das Jungtier da kommt. Das reicht doch, safe, oder? Wie komme ich da nicht rein auf den Server? Äh, join mal Schlüsse hinterher, das hilft sonst. Ah, und hast du Passwort eingegeben? Ja. Passwort. Was hast du denn für eine Meldung bekommen? Timeout vom Host. Hat noch jemand Timeout vom Host bekommen? Nope, nope. Nope. Seltsam. Ich schaue nochmal. Hat man noch ein Fernglas für mich? Guck mal in der Werkbank. Ah, da ist eins. Äh, Chat sagt, Host Timeout heißt, dass die Mods zu lange geladen haben. So, was ist der Plan jetzt? Nur ein von zwei Agentarwissen hinterher sich herzuziehen, aber der ist fehlgeschlagen. Okay. Na, die Frage ist, ob ich noch irgendwas farmen kann oder irgendwas sinnvolles machen kann, weil ich weiß nicht, ob ich es schaffe innerhalb von einer Stunde, denn... Ach, ich wollte ja diesen Dingens... Vogel da, ne? Äh... Und wir brauchen ja noch Pelz, weil die Pelz-Sachen so langsam von allen kaputt gehen. Von allen ist gut. Ich glaube, du bist die Einzige, außer mir die Pelz hat. Ich hab auch Pelz. Okay. Nö, also haben sich ein paar Leute Pelzen angecraftet jetzt schon. So, dann gucken wir mal, was das Ding macht, wenn ich darauf laufe. Ansonsten geh ich jetzt Pelz farmen. Also da hinten waren noch so Hirsche. Mal gucken, ob ich noch mehr von diesen Hirschen finde, weil die sind relativ easy zum Pelzen. Ja, das ist ja viel besser beim Reiten. Holy shit. Können wir mit den Andrews Mammuts erlegen? Mein Andrew ist schwanger. Aber ja, können wir easy. Aber dann können wir mit den Andrews Dingens. Mammuts. Aber die haben einen Wendekreis wie ein LKW. Ja, das sind ja auch LKWs. Um genau zu sein. Ich würde es jetzt nicht LKW nennen. Zumindest nicht, wenn es einen Lottel auf hat. Okay. Brauchst du gerade noch Hilfe, oder? Äh, ich bräuchte Fleisch wahrscheinlich. Ja, Sättel und Fleisch. Ja, dann mach ich das, gut. Upsa. Und vielleicht die Tür zumachen einmal, während ich hier so drin festhänge. Boah, lass mich raus, Agentaris. Dann kann ich das. Wollen wir dann gerade Abend noch zu zweit irgendwie Richtung Dingens, oder? Und vielleicht bringst du eine Werkbank und ein bisschen Metall mit? Oder nochmal neue Armbrüste. Ja, schuldigung, Weltbank. So. Falls Beatrice nachher fragt, ich hab ihren Dude auch gewidlistert. Das ist jetzt auch drinnen. Nice. Au! Ups. Hallo? Sag mal, was? Du bist mit nem Speer auf mich zugelaufen, hast mich geschlagen und hast Ups gesagt. Was ist das? Ich hab das gesehen. Wie frech, ey. Holy shit. Hast du bei deinen Fledermausen, du willst auf jeden Fall mitkommen dann gleich. Yes, yes. Hast du denn einen Pedranodon, mit dem du mitkommen kannst? Ich habe selbst nichts. Wie lange ist dein Biest noch schwanger? 40 Minuten. Schaffen wir 40 Minuten, ein paar Mammuts zu erlegen? Im Wintergebiet... Er könnte ich die Gegend schieben? Ja. Offensichtlich ja. Ja, ja, das kriegen wir schon hin. Wieso trifft man den Vogel nicht mehr in dem Cage? Doch, Kacke. Laufen so vor. Mal kurz reinlaufen, Agro ziehen. Ich weiß ja nicht genau, wo wir designen könnten, ne? Wir müssen ja suchen. Und für was brauchst du, Mammuts? Ja, für Pelz. Wir brauchen Pelz. Achso. Meine Rüstung ist komplett am Arsch. Und die meisten von uns haben ja nicht mehr Pelzrüstung. Ich bräuchte halt wieder für heute später am Abend dann wieder diesen blöden Scheiß-130er-Ordor noch mitzunehmen. Ähm, mein Dino ist müde. Nein, mein Dino kackt. Ich hab so... Z-Z-Z und 60 Sekunden. Bist du durchgesprintet? Nein, das ist Cryopod. Ah. Ah, das ist Cryopod, okay. Das ist Cryopod, cool. Ah, ja, als du die Otto rausgeholt hast. Ich hab Mammuts gefunden. Nice. Du weißt, dass da drüben noch ein anderer ist, ne? Jetzt. Ich mein nur, weil du mir so meinen geklaut hast. Ich darf ja mal einen Zweifel. Warum? Es war meiner. Wenn man weniger Damage bekommt. Wenn man zu zweit auf einen geht. So ist das mit Gruppenkeile. Deswegen gehst du immer zu zweit auf einen, der schwache ist. Ich bin doch kein Gruppenmobber. Hä, wieso nicht? Jetzt mobbt ihn. Geht doch. Wir sind einfach mobben. Alter, ich bin so ein kleines, fettes Viech, ne? Die ist so fett mittlerweile. Ja. Es ist echt krass. Was war's das mit Mammuts hier? Hä, nee. Ich glaub, war da hoch. So, könnte nur wilde sein. Das Fungelwood auf der kleinen Insel. Was gibt's auf der kleinen Insel? Ist das Fungelwood? Also das Operation Holz? Ja, aber dann nutzt Jonas doch die Zeit und hol dir einen Pteranadon in der Zwischenzeit. Ich glaub, im Wasser findest du das. Auch. Und also ... Musst du dafür erst mal zu zweit zusammensuchen. Ja, also wir haben halt noch kaum quasi, wir haben nicht mal ansatzweise genug Flugviecher. Nicht mal für alle, die jetzt die letzten Tage komplett mitgefarmt haben. Deswegen funktioniert dieses, ich komm mit, aber ich hab nichts getamt und nehm mir ein Flugvieh eher schwierig, weil du damit quasi für andere Leute entscheidest, dass sie nichts machen in der Zwischenzeit. Nein, wir haben einfach nur nicht genug Flieger, wir müssen mehr holen. Sind wir grad auch im Agentar, das ist ja eben immerhin. Immerhin, ja. Niemand will Agentar nicht fliegen, das ist das Problem. Schwarze Wolfe darf ich einfach umruhen, oder? Wenn wir da mal so holen, haben wir ja auch nochmal mehr. Ja, aber das ändert ja nichts daran, dass alle Leute ja was machen wollen. Pss, pss. Der Wendekreis mit den Wolfen ist wirklich anstrengend. Ist meine Gamma-Einstellung ganz umgestellt? Hoppala. Das war nicht richtig. Oh ja, Gamma. Nee, das ist richtig, das ist richtig gestellt. Aha, Karnus. Wie oft stirbt der? Nice. Ich hab eine türkise Armbrust. Äh, eine, nein, eine lilanen. Also ich werde nicht weiter hier hochgehen, tatsächlich. Weil ich keine Ahnung habe, was hier ist. Und ich gar keinen Bock habe, herauszufinden, dass hier Eiswebern wohnen. Ja, lass uns nochmal runtergehen ansonsten. Hier sind ja noch Wölfe und so, das ist ja auch Pelz. Hauptsache, wir haben ein bisschen Pelz schon mal. Du musst einfach nur die Leute rasieren. Guck mal, hier sind Wölfe. Und Mammuts. Und Mammuts. Ich hab noch keine Eiswebern im gesamten Schneegebiet von solchen Segel gesehen. Immerhin. Erlaubt das Mammut! Das ist schon weg. Ich finde die Zweifel so fies mit umdrehen, ne? Ja, ja, rechte Maustaste. Dann trittst du nach hinten aus. Ich mach' den Damage. Die büttert nicht unser Schweinchen, bitte. Nee, ich pass' auf. Mir ist actually seit sehr langer Zeit kein Dino mehr verrückt. Also seit sehr langer Spielzeit. Das ist nett bei halber HP. Du bist bei halber HP? Was hast du gemacht? Äh, die ziehen die Wölfe. Das sind Sankt. Ja, aber dann spring doch weg! Das fand ich auch vorhin, als ich mit dem Agentavis Wölfe gefressen hab' für Pelz, dachte ich auch. Boah, die machen ganz schön Damage, selbst wenn die nicht den Mate Boost haben. Also die haben ja beides, ne? Diesen Mate Boost und den Rudelbonus. Ja. Muss die schon immer auseinanderziehen, wie denn der einen wegholen. Oh. Oh, der wird unangenehm. Der ist zu Mammut unangenehm. Holy shit. Und das macht 93 Damage, 93 Damage, gefällt mir nicht. Ich mein, wir haben zwei, also ich hab' noch zwei K-HP zum Beispiel. Ja, ja, ich dachte mir nur gerade, mein Ding macht 96. Und, äh, und hast du uns gelevelt, das Viech? Äh, ne noch nicht. Aber was level ich den denn? Erstmal gar nicht, bitte. Okay. Weil ich, ähm, noch kein Vertrauen hab', dass meine Datei fürs Breeden, ähm, komplett funktioniert. Und damit ich dann die Werte auf jeden Fall hab', weil ich noch nicht weiß, mit welchen ich breede. Mhm. Ja, ist ja erstmal nur das erste Männchen jetzt gewesen, ne? Ja. Was wir da jetzt wieder geholt haben. Ah, ich bin froh, dass ich jetzt auch mal so'n, so'n Andrew gezähmt hab', so. War eine coole Erfahrung. Ja. Ja. Geht mir auch so, ich würd's aber nicht nochmal machen. Wir werden's nochmal machen. Also, ich würd' nochmal, also, Andrews Thames hab' ich kein Problem mit. Können wir mich mal einspannen, so. Find' ich tatsächlich unstressig. Iger's Thames ist unstressig. Alles, was man ausnocken kann, ist unstressig. Aber warum fliegen hier nur 20er rum? Ey, aber Andrews Thames ist halt mal was Interessantes, find' ich. Irgendwo auch. Kannst du, äh, aus den Indus rauspolen, ja, ne? Müsste gehen. Ja. Okay, wir haben, also in meinem sind 48 Pelsen. Ist nicht die Welt. Aber ich geh' einfach später nochmal los, ist ja kein Stress, so. Müsste, ich muss eh immer ein bisschen farben, so. Ich war jetzt die ganze Zeit nur mit Ordern beschäftigt und mit dies und das Thames und... Mal so'n bisschen farben, ist auch nicht verkehrt. Yes. Uns fehlen Electronics, oder? Ja. Tschüss, Karnas. Geht die Rüstung eigentlich noch mehr kaputt, wenn man öfter stirbt? Ja, ne? Ja. Okay. Ja, ich denke mal, da hat meine Rüstung noch so gut mit Leidenschaft gezogen, weil ich Anna und von diesem Sabertrieb auch angegriffen wurde. Weil ich die ja abgefahren hab. Ähm. Wie war das mit Kibble jetzt, na? Kochtopf. Kochtopf. In den Kochtopf reinkoppen. Oh, 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 oh. Äh. Lol. Was ist das denn? Wie viel Käbel kickt man dann raus, wenn man das rein tut? Hm, was tut es zu dir? Ich hab versucht, einen Spino zu töten. Der Spino holt mir mein Baby frühzeitig per Kaiserschnitt aus dem Bauch. Äh, was? Kann mal jemand, äh, in meine Nähe kommen? Äh, in Stego, nicht Spino. Wohin und was tun? Ähm, das ist Richtung, wenn du aus der Base rausreitest, quasi ins Landesinnere, und zwar so schnell wie möglich bitte, mit irgendwas, was kämpfen kann. Ich komm jetzt mit dem 2K-HP, äh, Dingens. Das weiß ich nicht, ob das so optimal ist. Richtung Landesinnere, also Richtung Wasserfallfluss und so. Äh. Ich hab schon, ich hab schon. Ist die Töten schon alle, oder? Ja. Wann schon raus. Ich hab zwei im Gepäck. Holy shit, was ist denn das mit den Stegos, was da abgeht? Ähm, Ego Changes. Ja, aber der kriegt ja gar keinen Schaden. Dann baut er dir den, den Schwanz in den Bauch. Du kommst nirgendwo mehr hin und blutet dich aus. The fuck? Ja, die Stegos wurden extrem gebufft mit den TLC. Ja, Blutungsschaden ist insane. Nee, nee, der macht keinen Blutungsschaden, der hält dich fest mit dem Schwanz. Ja, da kommen gerade zwei Andrews. Ich glaub, du kriegst mehr Fleisch daraus. Jut. Soll ich dich einfach mit Spitzern brauche, oder? Keine Electronics für uns. Achso, hab ich noch einen in der Winter? Hab ich. Krasse Scheiße, die Stegos sind ja echt stark geworden. Das ist ja echt crazy. Ich weiß gar nicht, wie effektiv sind der Agentarwässer? Wir haben noch ein Level-Up. Jetzt ist keins rausgekriegt. Ähm. Ich geh noch mal schnell Pipi machen. Ich bin gleich wieder da. Okay, dann vielleicht mit der Agentarwässer. Ja, aber ich glaub, du kriegst da auch nur so ein oder zwei raus. Ja, aber ist besser als nichts. Da war vorhin so ein kleiner Alpha-Raptor vielleicht. Das ist mutig. Aber ich seh ihn auch nicht mehr. Wo können wir schauen? Zumal in der Nähe auch ein Alpha-Kano ist, ne? Wenn die sich boosten, ist natürlich schwierig. Ich kenn hier mindestens drei Alpha-Raptoren in der Nähe, also... Ich glaub, ich bin so blöd, Kibble herzustellen. Da ist er. Okay, ich hab jetzt drei Primate. Reicht das schon, oder? Ich hab zwei. Ne, ich glaub... Wir brauchten gestern einen neuen, glaub ich. Und der war auch... Der war 145. Was ganz da draußen? Nicht mit einer Schnecke. Weil bei uns in der Base ist irgendwas Tech-mäßiges. Einfach ab der Level 45. Was ist da los? Der Stego ist in unsere Base. Der Stego ist dead. Alle Dinos haben auch auf ihn eingeprügelt. Okay, das kann ich mal mal Zeug ablegen. Dankeschön, Daniel, für den verschenksten Sack. Vielen lieben Dank. Kam der... Kam der Stego gerade? Really? War gerade irgendjemand von euch in der Base? Wir waren gerade alle in der Base, der Text-Dego hat angegriffen. Und unsere Biester haben den Text-Dego fertig gemacht. Lol, ich war gerade ganz kurz Pipi machen. Ja, ist cool. Holy shit. What the fuck? Warum ist denn jetzt schon wieder was da? Meine Güte. Ich hab keinen Bock mehr. Ich will hier einfach nur noch weg. Äh, Hans? Holy money. Könntest du mir... Einen Cryopod besorgen oder ready machen oder ausleihen, den ich mir dann klauen darf, um meine, ähm, Schweine in die Burg rüber zu bringen? Es sollte noch einer, zwei im Kühlschrank... Es sind zwei im Kühlschrank. Ich wollte nicht einfach einen rausnehmen, weil ich nicht wusste, wer die sonst noch braucht, deswegen... Ach so, ich hab gerade sechs weg mitgenommen, oder hab ich da fünf von daher? Okay. Ich hab genug. Also die Schweine werden auch einfach, wenn wir jetzt noch ein, zwei Angriffe hier in der Base bekommen, dann verrecken uns die Schweine tatsächlich auch. Die sind langsam zu low. Das gefällt mir nicht. Ja, äh, da kommt was in Richtung Base. Was Wildes. Ja, das ist halt Agro. Ja, ich hab gehofft, dass es keine Agro zieht, aber es zieht Agro. Ed, bleib hier. Der Ed ist halt low HP, ne? Ja. Der Ed ist nicht low, der ist half-life. Ja, ist low. Nein. Ja, ist low. Ne? Okay. Ich bin schon, ich bin schon besorgen, dass er nicht. Ui. Ui, dankeschön, Clubdavins. Vielen lieben Dank für den Raid. Hallöchen an alle, willkommen im Stream. Was habt ihr gemacht? Hallihallo. Wir spielen arg. Wir haben zwei Stunden lang unseren Server umziehen lassen, weil wir ein bisschen Probleme hatten mit Licks. Jetzt ist besser. Und wir spielen seit gestern auf der neuen Fjordor-Map. Ich bin not new to arg, aber hab sehr lange nicht mehr gespielt. Ihr habt ein Bild geschaut. Er hat euch mit Bild-TV gefoltert. Was heißt das? Was soll das heißen? Was bedeutet das? Kurz den Argen Tavis hier ausleihen. Hallo. Da hinten nämlich ein 140er Petri-Legend. Ne, mach noch. Also, ist nicht meine, aber. Ich glaub, Agis werden grad nicht so viel verwendet. Also, wie Petra no Lons. Ich brauch halt nur was, um ohne Andrews-Tri-Legend darüber zu kommen. Ja, klar. Ach, eine Sendung von Bild-TV. Wir haben ja auch noch Bonus drin, ne? Belast-Content. Bin wieder doch. Hallöchen, Hallöchen. Danke für den Raid. Keines hat uns ein Triceratops-Ei gespendet. Nice. Kibbel! Kibbel! Ich hab'n Diplu-Ei in der Tasche. Das klingt furchtbar, Agis. Das klingt ganz furchtbar. Ja, auf diesem Berg, wo unser erster Taming- Agentar aus Taming-Cage stand, da steht auch noch ne Kiste und ne Bronto-Ei drin. Ja, aber wenn du einmal Fleischfarben gehst oder Pelz oder so, mit dem Ende, wo ist der Übelst easy-Level-EP und so. Oh, Arcade-Box, ne? das klingt ganz furchtbar warum habt ihr euch das angetan das klingt ganz ganz furchtbar es richtig viele es gibt richtig viele aber ich weiß nicht wie viele wie viele es genau sind braucht man nur lebt auch mit schittin ich glaube ja und so hier ist ein greif okay irgendwie ist alles was ich in den topf getan hat weg werden hast du sein in den topf getan und zwei minuten gemüse sporn spoilt sehr schnell du kannst das doch einfach alles auf einmal polen dann also gemüse spalt kartoffeln spollen innerhalb von vier minuten 30 also wahrscheinlich ist ja das gemüse einfach gespielt faser und alles ist weg also dass das räucherfleisch ist folgt auch nicht so schnell dann weiß ich es nicht plötzlich für mich an als wäre da irgendwann gecraftet worden die club hat wenn's bubble macht er sich über diese trottel nach ausgiebiger analyse lustig ist aus btv also das ist eine gute entscheidung das ist auch drin also ich erkläre dir das du gehst du machst e auf dann drückst du auf konsumgüter auf hergestellte nach dann drückst du den an und dann fährst du mit der maus darüber und oben hast du so ein fenster da ist eine zahl da steht eins über das du hast den kippel angeklickt du fährst mit der maus über das wo inventar steht darüber sind so kleine symbole ach soja das okay das zusammen dann ziehst du das zusammen zieht und dann hast du alles drin jetzt mach ich kippeln nee jetzt muss ich das muss noch die pott anmachen holla nein das warst gar nicht du nein das ist der vogel das ist der scheiß vogel schon wieder ich kann nicht mehr ich kann ich kann hier nicht mehr wohnen es ist es geht mir so auf den sack wirklich im fünf minuten takt läuft irgendwas in diese dreck space und greift irgendwas an meine ganzen fucking steinrohre sie sind alle i cant ich kann nicht mehr ich hab das gefühl ich würde öfter für sachen verantwortlich gemacht nee es sah nur so aus als hättest du den das fiumia gepult weil das fiumia auf dich zugelaufen ist und direkt darunter unter dem namen vom fiumia stand holla und es sah so aus als würde stehen folgt holla aber du standest einfach nur dahinter drin ich hab 145 und 135 hat deine so rechse sollten noch ein halb mitgeben oder ich kann einmal kippel machen aber ich bräuchte glaube ich zweimal kippel für so einen blöden vogel und wir haben keine die sauren eier mehr in der richtigen größe was für ein vogel brauchst du denn äh für den ichi tiotosi das ist general das ist blut ok genau bist du dir sicher dass du zwei brauchst relativ warte ich guck mal ich kann ja nicht schreiben ich jones ich jones die frage an der stelle ist so ein bisschen ob du den überhaupt mit kibbel machen muss also wozu machst du den mit kibbel ist die frage weil es am schnellsten geht ja aber es macht einen unterschied von fünf minuten ist richtig also kibbel kriegen ist für uns immer noch eine große herausforderung right now ich würde den kibbel eher für die pflanzenfresser da lassen die du nur mit kibbel oder major berries machen kannst weil da macht es einen unterschied von vier stunden und ich würde das echt einfach mit raw fish meat machen oder so also wenn du dir da raw prime fish meat holst dann von großen fischen von dicken fetten fischen und wie kriege ich die tot du holst dir eine armbrust nee du musst sie nicht mehr töten du kannst einfach hingehen und das nehmen von denen was ja das ist richtig witzig actually und wie mache ich wenn ich nicht weiß wie ich das mache ok dann tötest du was böses im wasser aber das ist das ist wesentlich schwieriger unangenehmer ich würde mir einfach eine armbrust nehmen die kann unter wasser schießen ja eins gegen eins gegen so ein moser das töten ja aber einen moser muss sie ja nicht töten geben nicht diese geben nicht sogar salmons ich glaube salvatus ja die kannst du ja sogar mit einer pieke töten einfach vom strand aus oh nein ja du musst das auch richtig abbauen und sie müssen groß genug sein dankeschön jimmy wegen dem prime sub vielen lieben dankeschön dankeschön könnte es auch optional angeln äh oder ich hole mir einfach zwei drei fish meat und warte 20 minuten länger statt mir hier einen kompletten aufriss zu machen für etwas was ich nicht verstehe ja aber dadurch lernt man es ja ich habe das gefühl aber das wird dann nicht 20 minuten dauern sondern zwei stunden und ich werde fünfmal dabei sterben beim salmonellen töten ne die geben das ja nicht wie gesagt doch salmons geben das die große könnten es geben ich habe schon riesige ja aber also holla die geben das nur weil du spitzhacke ab oder mit axt mit axt ja das spitzhacke ist deshalb die frage mit was mein mein lieblings take von holla ist was gibt das denn das ne doch ne ja ja ist gleich dauer ich habe mir nur gesagt dass ich es mit der axt habe gebaut noch nie das gab das raw prime sonst nimm äh woher kriegen wir denn sonst noch mehr regular prime dingster bummstar ist die frage hättet ihr einfach aufheben können dann probiere ich das jetzt mit der pickaxe und wenn gesagt das funktioniert ist ja easy dann mach ich das mit der pickaxe mach ich bitte erstmal essen tschüss was denn ich würde ja fast vermuten der agent kriegt mehr raus als die spitzhacke ich bin mir nicht sicher wie viel haben wir ich habe sechs wie warst wie viel wir brauchen eine äußere base das ist alles viel zu eng dann haut die rein dann hau ich meine rein dann passt das schon ich muss mich korrigieren beziehungsweise ich muss lukas korrigieren man muss sie mit der sickle abbauen um äh Fischprimee zu bekommen ok wer kommt denn auf so ne scheiße arg also mit mit der sickle in den Fisch abzubauen come on wir reiten auf riesigen Viechern hast du gezogen oder was hast du rausgenommen aber die aus dem äh ach sorry ich hatte sie gerade mit dem ganzen Inventar gefallen drüber zu sagen ich habe jetzt nicht hin mein Bett und keine Armbrust weil wir glaube ich keine Armbrust mehr haben wir haben wir haben vielleicht gerade größtenteils hier drüben das kann gut sein mhm das ist nicht so nice also für mich für euch ist das nice ja ich als Torte ich kann doch bestimmt irgendjemand von da drüben Armbrüste herstellen oder geht das ich kann ja eine herstellen sonst lauft runter zum nächsten Schrott da ist auch sind auch Armbrüste drin neben Piken und uns fehlt ein Holz mhm was habt ihr mit dem ganzen Holz gemacht? ich habe bestimmt 3000 Holz geholt heute das sind zu viele Menschen für eine Base und zu wenig Holz fahren dann guck mal bitte ob die Öfen noch an sind weil da habe ich nämlich auch unendlich viel Metall reingeschmissen dafür habe ich das ganze Holz geholt in den Öfen ist noch ganz viel Holz drin dann zieht er das wahrscheinlich nicht da raus, wenn er noch die anderen sind aber es war auch nur einer der Öfen an aber die anderen ich finde halt Holzfarm ohne Biber ultra painful ja aber wir müssen manche Sachen trotzdem farmen ja ist schon klar ich finde es geht also mit den Einstellungen hier auf dem Server finde ich geht es eigentlich auch ganz gut mit der Angst vor allem weil wenn ihr das Agentar besser hat also ich möchte bitte daran erinnern dass ich gestern per Hand Necroberries gesammelt habe und Samen für Necroberries stimmt die Stegos sind doch auch ganz gut zum Holzfarmen könnt den einfach nehmen sind sie? sie sind auf jeden Fall in Ordnung aber mit einer Metallachst kriegst du eh so viel Holz ich bin andauernd voll ja das ist ja das Problem genau du schlägst da dreimal auf den Baum und hast dann voll aber das sind halt nur 60 Holz 60 Holz sind halt du kannst nur 60 Holz tragen? ich kann nur 60 Holz tragen wie viel Gewicht hast du denn geskillt? gar keins da ist der Fehler oh Gott das ist kein Fehler ich brauchte erstmal Resistenz wie viel Resistenz hast du denn? ne jetzt 38 da ist der nächste Fehler wie kannst du kein Gewicht haben und nur 38 Resistenz? ja ich hab noch nicht ich hab noch nicht so viel mit Fleischfressern zu tun gehabt ich hab in nem See meine meiste Zeit verbracht mit nem Passiv-Theme der nicht funktioniert du hast doch nicht so viel mit Fleischfressern zu tun gehabt und deswegen hast du kein Gewicht das du machen kannst? was? du bist nur 60 nein jetzt ist schon wieder ein Scheiß ich schwöre euch ich werde dieses Ding jetzt ausbrüten dann werde ich meinen Arsch hier von dieser Base wegbewegen und ich werde nie wieder zurückkommen ich will dieses scheiß kleine Baby hier in vier Minuten spawnen und ich kann nicht weil schon wieder so ein scheiß Vogel da ist ich kann nicht mehr ey es ist so schlimm also ja ich bin 20 Level behind weil ich Passiv-Themes gemacht habe alles gut ich hab dich einfach nur getrollt Ola deswegen hab ich noch nichts ich troll nur ich hasse diesen Arschloch-Vogel ich hasse diesen Arschloch-Vogel so sehr ich kann gar nicht in Worte fassen wie sehr ich diesen Arschloch-Vogel hasse ich baue hier kein Tierhaus ich will hier nicht wohnen das ist so alt ich will nur noch mal sagen Jay ist dafür verantwortlich dass wir hier gesponsen sind Jay ist dafür verantwortlich dass wir hier bauen und jetzt ist er die zwei Tage gefühlt nicht da ja der muss doch arbeiten oder ja aber das ändert ja nichts daran dass ich ihn flämen kann das ist richtig aber ja hattest du dich diese Stelle für die Basis vorgeschlagen? nee ich hab nur gesagt wenn wir hier auf dem Plateau sind dann bitte auf dem Stein hier oben und nicht unten in der Wiese nee nee also der Grund warum wir noch nicht umgezogen sind gerade ist wir wollten halt gestern unbedingt weil die Dinger recht schwer zum Breeden sind und weil wir die für die Höhlen haben wollen wollten wir unbedingt noch ein Bibi machen so ein Bibi-Ficherts von denen und danach hat uns Holler den hat uns Schlöse den Spot gezeigt wo wir jetzt eigentlich bauen wollen dann war der Server zwei Stunden down und jetzt wissen wir wo wir hin wollen aber ich krieg das Viechstart nicht hin weil es schwanger ist und du kannst schwangere Viecher nicht in den Cryopod packen haben wir jetzt eigentlich schon Behemoth-Gate bitte der Cooldown könnte sein dass der ewig lang dauert ich hab Hapsa Kostas schon nicht verstanden nehmen wir mal die Zündow-Nasen haben wir eigentlich schon Behemoth-Gates für drüben ne noch nicht gebaut aber ich kann sie glaube ich bauen ne ich hab sie noch gar nicht gelernt ja ich hab sie gelernt ist gut sie haben nur kein Holz oder aus Holz oder ja ich komm halt hier grad keinen Millimeter weg ne weil das ist in in drei Minuten ist das Baby da ja das würde ich nicht gehen mit welcher Stance fahrt man Holz mit dem Stego? ich hab die zweite ich kann es auch nicht wir haben ja keinen Platz reinzustellen das ist alles so voll die blaue oder die gelbe nein die gelbe ist Beeren die blaue das ist noch normales Spyglass was nicht Spyglass Spyglass ist es gibt kein Spyglass mehr mehr ja aber haben wir noch normale? soll in der Werkbank lagen auf jeden Fall noch welche die jetzt aber nicht mit drin liegen dann das ist natürlich schade wie heißen die denn nochmal? Spyglass Spyglass und Ferngraf auf Deutsch und Ferngraf auf Deutsch Ferngrohr auf Deutsch Ferngrohr und ich hätte mal langsam High-Level Männchen gebraucht ich finde auch nichts zum herstellen ach stimmt der erste ist auch weiblich ok wir haben jetzt drei Weibchen gut ähm ich stell mir eins her mal vorhin soo weil damit kann ich ja die Level weiter wechseln ne? ja das war mir wichtig ich wollte noch exportieren was wolltest du? ich würd den noch exportieren wir anschauen was der bis jetzt hat ist das mein Vogel? achso ei ok der ist gut ja das ist mein Vogel was hat der für Sets? tell me 50 in Ausdauer oh oh nice oh nice ich will mutter gehen das ist ja ne? gibt's auf der Map mutter gehen? gibt es ist das genauso painful wie in Genesis 2? äh ne also man kann es herstellen glaube ich ich weiß gar nicht ob es das gibt ok kannst halt hinterher mit dem also sobald du Tech hast kannst du es herstellen ok so ja und oh Gott die nächsten so? ja gell die nächsten natürlich mal ein bisschen abseits ok männlich 150 ne? oder auch so 150 also ab 140 würde ich zählen baby schwein baby schwein ich möchte ein baby schwein sein mit zwei betäubungsfeinden im kopf was fressen die baby schweine eigentlich fressen die fleisch? die alpha action oder fressen die knockout helms? oder bobären was fressen die überhaupt? Gott ich hab gar nicht dran gedacht sind das fleischfresser? wer denn? die ist die auch nicht die die flugvögel also die seltsen ja du findest die vogel gell? die auch diese oder? was sind die die? also die pigomastaxe sind auf jeden Fall nicht hab ich geguckt pigomastaxe ist passive tail aber ich glaub die Leute was fressen diese schweine eigentlich? knockout tail ähm fleisch fleisch also ich kann das baby mit fleisch füttern? ja ok wenn nicht 150 machen wir ne? ja ja auf jeden Fall dann bist du der der mitkommt gut aber also machen wir gleich einen countdown beim stream ich muss gleich einen countdown machen beim stream dachte ich zumindest dass du der bist der mitkommt hör auf da mit irgend so'n scheiß zu kämpfen komm mit lass dich nicht kaputt machen 9 8 7 5 warum springt das so? 4 2 1 der will nicht ähm max level von den vögeln hat mit ner armbrust ähm 89 prozentige Chance dass er stirbt nice anstatt besäubt zu werden ja wir könnten auch einfach mal rifles herstellen so ist es nicht wir haben eine ich hab eine schon hergestellt wir setten bloß auch noch darts und den ganzen scheißen alter ist das hässlich ja aber das ist kein Problem wir haben so viel aber auch irgendwie süß ja das können wir doch ja wir haben wieder ganz gut Metal ja ich kann mich nicht entscheiden beziehungsweise hab habt ihr's gelernt? sonst ich nicht ich hab schon alles gelernt ich könnte dann kurz mal drücken ist das Tor oben aufgemacht? das ist zu offen ja ich steh auch bereit es zuzumachen komm mit warum lässt du dich denn so ablenken? das ist fett wovon? nein 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 nicht in die Richtung ich weiß nicht mal schauen ob die Gutsen Agentaren sind rein komm wir brauchen wir müssen einen wir müssen einmal im Kreis laufen das Ding hat jetzt schon den Dreh Dings von seinen Eltern haben wir noch einen Petri Sattel? bestimmt ich glaub schon ich glaub schon guck mal in die Werkbank ok in Agentaren ist das eigentlich relativ gut dann wird ich da rein dann haben wir unsere Ruhe komm komm laufen wir einmal hier lang na komm und jetzt hier lang na komm na komm na komm na komm na komm na komm oh Gott das ist zu nah so ja wir sollen mit dem Agentaren abbauen gut so einen Meter nach hinten damit ich beim reintappen nicht aus Versehen das Schweinchen schlage hm hm und Pierre wie geht's dem Baby? es lebt ok ähm ja es hat ein 34er Schaden Stat übernommen aber leider nicht den guten HP Stat und leider auch nicht den guten Ausdauer Stat also es ist garbage ja Kanonenfutter ja oh Gott oh Gott ähm äh ich glaub er ist nicht drin ist nicht drin ok rip ok sorry das war das war nein nein hast du schon eingepackt? nicht nachts suchen Andrew ist nicht in range come on oh Gott ich hab verkrackt alter alter ich ich steig die ganze Zeit ab sorry ja meine Schnecke ja mit kleiner Agentaren das ist halt leider wirklich gar nicht gut er will aber auch einfach nicht so richtig mit dem brauchen wir auch nicht weiter mit dem brauchen wir auch nicht weiter breeden mhm leider hat der keinen nennenswerten guten Wert der hat halt also 34 ist nicht nennenswert 38 ist auch eigentlich nicht nennenswert also keiner von denen ist bis jetzt nennenswert was das angeht aber wir haben sie zumindest für die Höhlen das ist ganz gut also ich will den auf jeden Fall groß ziehen aber mit dem werden wir nicht breeden ich stehe jetzt kurz ein bisschen zur Seite äh wir haben Tech-Racks in der Nähe der Base Techs haben standardmäßig mehr äh Level warte Tech-Kreaturen haben standardmäßig mehr kann ich ja gar nicht sagen quasi oh der ist doch weit weg ne ist nur hinterm Baum ey das gibt's doch nicht warum trifft die denn nicht ah das ist voll fein Level 174 also wenn dein Max auf 150 gestellt ist dann sind Tech vom Maximum also wenn ich weiß ich gar nicht mehr was drüber aber ich glaube 174 er ist schön und fast Max Level den sollte man eigentlich äh kenn ich habe ich absichtlich nicht drin also wir haben Stone jetzt würde ich schon mit dem reden für die besseren ich sag euch wenn wir das nicht machen das macht Steven das bestimmt gleich er hat keine besseren ja ich würde halt mit beiden nicht reden der hat halt den einen Stat mehr ja aber ne Blödsinn hat er nicht Jay-Z das ist der neue der ist schlechter als das andere Weibchen das wir haben Banzai ist das andere Weibchen das wir haben und Jay-Z ist jetzt der neue der hat den Ausstand also der schlechter ist die Mutter äh nicht alles also ich hätte 95 96 ich habe ein bisschen was mitgenommen aber es sollte noch ein bisschen was da sein erst umziehen dann die Vampire glaube ich in der Werkbank gewesen ich warte jetzt bis der ein bisschen mehr Leben hat quasi und dann schiebe ich den rüber ich weiß nicht ob die Pfeile reinhören jetzt noch 17 äh im Schrank liegen welche ok na der kämpft mit 3 Andrews ah das kriegt der hin ja das ist nur die Frage wie lange das dauert ich darf nicht mehr so viel verändern sonst stirbt der mehr bevor der na ich leg mal noch mein äh du musst für das Breeding System in Ark musst du inzesten das ist quasi dein dein Job da schlecht gebaut naja wird schon da sieht aber ganz schön angeschlagen aus ok das ist gar nicht so schön wie ich dachte komm schon geht also wir brauchen also ich hätte noch 23 Narkosepfeile für euch yes aber Patschi wo soll ich die hin tun Alter der hat ja eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Spino im Fluss aber der Fiomia macht gerade meine Arbeit aber der Fiomia macht gerade meine Arbeit ha 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 nein stück nach links Fiomia es tut dir in die Backbahn ne so mein Freund wie geht's dir und dann nehmen wir erstmal nur das sieht eigentlich ganz solide aus warum ist das da hoch gegangen ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung warum bitte ich oh Gott ok das könnte negativ schlecht sein warum war ich erschöpft macht das der ja er ist rausgepackt auf keinen Fall nein das letzte Tor hättest du besser nicht gesetzt und Leute das sieht einfach komplett die Ausdauer ok wer zieht die Ausdauer? Stegos ja der rammt dir das Dings in den Bauch und dann zieht er dir die Ausdauer du kannst dich nicht mehr bewegen und nimmt dir Leben es ist mega krass das Flieger ist das tatsächlich ziemlich scheiße ok ok bleib hier oben hallo Knut gut ja auf der Seite spielt die Musik alter auch das gleich zu Fuß geben greifen primate ich habe jetzt ein rohes VD ja ich glaube ja ich glaube ok dann gibt es glaube ich jetzt ein paar greifen da waren die ich weiß gar nicht mehr wie belastend die waren ne ok klappt oder? ja ich glaube der hängt mit was kriege ich denn mehr Pelz raus wenn ich abbaue? Axt müsste Axt sein Axt? ok ok und geben diese Pflanzenfresser bepelzten Biester die so auf ihren Handgelenken laufen auch Pelz? das war wieder nicht meiner ja ja warte der heißt Charly Coterion ah ihr habt da einen nicht priss das Ding der gibt keinen Pelz oder? doch der sollte ok die sind aber ein bisschen nervig ist ok aber geht auch es geht aber die echt die haben nicht mehr P die die haben nicht nicht so wenig ok ich habe ein einziges viel ich habe jetzt einen Rex getötet und ein Dings ja die Rexe die ich getötet habe die geben irgendwie auch nicht groß das ist ein bisschen schade wir brauchen selber einen Rex ah der bringt nur Leder der bringt keinen der bringt keins oh sorry ok naja ist gut aber ein Haufen Leder hat er gebraucht das kann ich sagen auch nicht verkehrt oh was? ihr seht aber bepelzt aus ihr seid ok Bully Rhino die geben Pelz die müssen Pelz geben die geben sie geben auch sowieso greifen die an wenn ich eins davon angreife? oh ja du sollst dich nicht von den Charges treffen lassen aber und wenn du noch ein bisschen ach du hast wenig Gewicht ne? hast du gesagt weil die also verlieren ein Horn das kann man gut mitbringen und sammeln das braucht man später noch ich überlege gerade ob ich mich mit dem Andrew hier mit dem anlegen will ich will ja auch den Andrew nicht los kriegen deswegen ich bin es ja immer so ein bisschen doppelt vorsichtig Niki ja ziehen wir um? ja wir haben gerade so ein Techrex gefangen ja das ist ja völlig fein aber du stehst ja hier gerade ja weil ich Pfeile brauche um den rauszunocken okay ich habe den Fabrikator schon abgebaut das ist das Tempo das ich gerade habe also ich bin ready umzuziehen ich würde gerne diese Dinge schrückchenweise nehmen und schieben wenn du unbedingt willst kannst du ja schon mal damit anfangen solange du mir den Agentar ein Agentar das da stehen lässt dann ist mir das alles egal ach den habe ich schon beladen okay nevermind haben wir noch was mit dem Smithy Sattel ich habe halt überhaupt keinen Bock hier in dieser Ecke mehr zu stehen so und ich würde halt super gerne farmen gehen aber ich will halt hier nicht mehr farmen weil wir kriegen es halt nicht rüber das muss halt gut dann nehmen wir aber die zwei Behemoth Gates die in der Smithy liegen mit rüber mach ich auch auf jeden Fall gerne wie viele Pfeile hast du Daywalker? äh ich habe Moment 96 okay das sollte reichen du kannst schon mal anfangen drauf zu schießen ich hole mir noch kurz ein Becken ein fein Glas steht die Smithy noch Pia? ja da sind zu viele Dinge drin denn ich werde die nicht abreißen ich werde die Bass genau so wie sie da ist stehen lassen ähm für die Leute die die weiter nutzen wollen ich habe nur den Fabricator rausgezogen ähm und werde einfach neu bauen weil das glaube ich mehr Sinn macht als hier jetzt alles rauszuziehen weil damit forse ich auch keine anderen Leute direkt mit umzuziehen ähm aber so ist es halt ich werde halt immer gefragt ja und kann man dort schon was abgeben? ne weil wir haben noch keine Bass dort also fange ich jetzt einfach an dort eine Bass zu bauen und ich überzeuge dann mit anderen Dingen nämlich dass die Bass dort so viel besser aussehen wird als hier dass die Leute einfach irgendwann automatisch mitsiedeln so habe ich das bis jetzt immer gemacht ist einfach wenn du hier aufhörst weiterzubauen und auf einer anderen Stelle Bass baust dann haben die Leute irgendwann hier nicht mehr genug Platz und alles nervt und spätestens beim nächsten Brontoüberfall auf diese Bass kriegt der nächste von euch einen Rappler genau wie ich gerade und dann ziehen die Leute eh automatisch zu der Bass wo keine Brontos sind das das funktioniert wie viel Filet hast du Hans? ich hab zwei, vier, sechs habe ich ich hab zwei erst ich hab kein Risiko damit das Baby in den Cryopod zu packen, ne? ja also mal davon abgesehen dass das eh Trash ist maybe gehen Imprints kaputt, aber das heißt wir sollten noch zwei holen, oder? ich hätte das eh nicht Imprinted dann kann eigentlich nichts schiefgehen da brauchst du safe nicht mehr als 10 also mit 145,9 ich hätte das also es ist halt crap also es ist absolutly crap wir brauchen das definitiv nicht zum züchten aber es ist halt praktisch also das ist halt trotzdem High Level also können wir dann einfach ja das ist doch gute Beute boah ich hatte gerade 30 Sekunden Disconnect ich bin so erschrocken, ne? oh mein Gott ich bin so froh dass meine zwei Internetleitungen gewündelt sind halber Herzinfarkt halber Herzinfarkt ich sag's euch Refrigerator muss ich auch im Fabricator bauen, ne? ja und Generator? auch auch? ja, kannst du den Generator aber mitnehmen ja, aber dann hat unser Refrigerator keinen Kühlschrank äh, keinen Strom mehr dann werden alle Sachen kaputt sooo ja das ist vollkommen wichtig ich hab die zwei die wir noch haben wollten ja, ok, ne, dann baue ich drüben einfach einen Generator komm ich zurück hab den Rex, den snack ich mir auch nochmal eben hier level die Frage ist halt hätten wir hier genug Sachen um hier direkt noch einen Generator zu bauen irgendwas ist auch in diesem Teich ich glaube wir haben nicht genügend Electronics ich hab ein paar geholt nicht viele aber ein paar irgendwas in diesem Teich hat vorhin ein Bronto weggesnackt also wenn irgendwas in einem Teich ein Bronto weggesnackt hat würde ich nicht in den Teich gehen Piranjas vielleicht meinst du Piranjas, ja ich weiß es nicht ist trotzdem ich würde das Filet wieder von überall rein pullen ein Elektronik fehlt uns und du könntest dann sobald es drin ist quasi normales Fleisch eines ja, aber dafür haben wir eigentlich genügend Filik erpären das sollte kein Problem sein ach so, dass ich einfach einen Elektroniker crafte meinste ja ja, 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 ja also er sollte nicht sterben ähm, er wird relativ low sein der Rex aber er sollte nicht sterben warte ich töte hier kurz irgendwas und dann haben wir hier Elektronik oder braucht ihr den da drüben? braucht ihr den drüben oder braucht ihr hier Elektronik? äh, bei uns hier, ich würde halt hier aber ich krieg den hier gebaut ich komm nur nicht am Fabricator vorbei gerade ähm, ich hab den ein bisschen blöd gesetzt ist der nicht an? doch, der müsste doch an sein warum baut er mir den dann nicht? hä? hast du das Rezept schon gelernt? das wäre die andere Frage nein, das erklärt warum ich es nicht kann ich kann aber auch wenn die Punkte nicht ausgeben wir jetzt kurz nö, nö, alles gut ich muss das eher können ich glaube demnächst solltest du ziehen können ja, und jetzt hab ich den Generator mit für den Umzug direkt dann passt das ich fang dann einfach dort zum Planen an und lass platzen für andere Leute vielleicht wird die auch eingelegt ja, ist schon ok, gut 10.000 von 17.000 Torpa und er hat noch anderthalb tausend Leben wo ist denn unser zweiter Andrew hin? also ich hab noch aber er ist unter welchen Pfeilen ja, den hab ich dabei ok ok gut wie viele Pfeile hast du noch? äh, komm aber gar nicht zurück äh, 13 ok dann schießt du leer ich hab noch äh, ich hab noch 70 erfolgreich zwei wollige Hornbiese nice so, was könnte ich noch brauchen ich hab Ressourcen ich hab Essen ich hab Leben ich hab Betten dann ich nehm noch eine Vogel leer gemacht da haben wir ja schon was drüben hier also Öfen wären ganz cool Öfen direkt auch mitnehmen können wir auch hier bauen können wir auch hier bauen aber wenn wir grad auch das Zeug drüben haben dafür ich will halt nicht alles alles den Leuten hier wegnehmen aber eigentlich kann ich ne ne, ich würde eher neu bauen ich kann ihnen aber auch einfach alles wegnehmen ja, aber du kannst auch einfach ich will ihnen einfach alles stehen lassen wir müssen nur Ressourcen mitnehmen und äh welche Ressourcen? also so Metallbarren zum Beispiel sowas Metallbarren Obsidian-Kristall Polymer so die guten halt Warte auf Pfeile und gleichzeitig die A-Rost kaputt gegangen Feuerstein, Stein und so würde ich einfach liegen lassen warte, warum lässt er, warum zieht er die nicht? ok, das geht nicht, seit what the fuck warum zeigt er mir die nicht an? was hier das hat auch für mich zu viel Gewicht schaffst du das ist die Frage aber du bist ein krasser Agi wenn du das nicht schaffst bin ich enttäuscht ja upsala nein, wo ist es hingerollt? wo ist es hingerollt? da ist es das da ist schon echt sehr viel schön so, okay aber auch so langsam ja, aber trotzdem zum Jagen ist dir so viel angenehmer finde ich so, Metallbarren und zum Farmen zum durchgegenfliegen nicht okay du meintest auch, äh, Obsidian, ne? ja haben wir keins? wir haben hier 400 ich hätte einfach ein bisschen was mitgenommen mit dem Klaus wirst du mal schauen, wie viel Leben er noch hat Gott 413 und wie viel Torver fehlt noch? okay Hallöchenlel also, wir haben jetzt Metall wir haben Obsidian wir haben Kristall was wollen wir noch mitnehmen? Öl und bin... haben wir überhaupt Öl? hör doch mal auf dich zu drehen, du Kackvieh Öl? Öl haben wir nicht dein Pedranath und steht nicht auf Passive ja oh Gott Benzin können wir mitnehmen seriously haben wir Öl ist die Frage ja, das müsste Öl Öl schlucken wir noch mit die nehme ich mit dann muss ich die dort nicht neu bauen für die zweite Lösung wie viel Leben hat er noch? 100 irgendwas ähm, Powder möchte ich glaube ich auch noch mitnehmen ich fürchte der war zu spät na glaube ich nicht haben wir ein Bett da oben Schlose? ne noch nicht soll ich eins bauen? ich bringe ein Bett mehr ja ja genau das war überhaupt nicht knapp fuck ok das können wir jetzt echt überhaupt gar nicht oh Gott das war vielleicht ein bisschen zu knapp für Komfort ok ich empfehle es nicht mit 10 wütenden Bibern schwimmen zu gehen ähm das äh die Erfahrung habe ich heute morgen auch gemacht ich habe mir dann einfach überlegt die Cantinen und die Pelz die ich anhatte sind es einfach nicht wert noch siebenmal in den Biberteich zu steigen und zu sterben nachdem ich das viermal gemacht habe komisch so haben wir irgendwo Schafe hier in der DM zufällig noch? weiß das jemand ob hier irgendwo ein Schaf ist? nicht dass ich wusste wir hatten mal eins ach Gott 130 ok ich ziehe jetzt um Stückchenweise ich habe Betten und alles mit doch ok und wir fangen dann einfach an mhm bist du noch tot? also brauchst du jetzt gerade direkt ein Bett? ich will dich nicht sterben sehen achso ne 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 alles entspannt ok also lieber streamen unser Abend wird heute daraus bestehen den Anfang von der Base zu bauen die Base zu planen und dann Fledermäuse holen zu gehen das ist der Plan aber die Fledermaus-Höhle ist halt super nah an dem Ort wo wir gerade also wo wir quasi unsere neue Base bauen deswegen haben wir entschieden dass wir erst umziehen bevor wir damit anfangen immer wenn man die nicht mehr braucht findet man die in Massen es ist unklar 145 Menschen das gibt's doch nicht den brauchst du nicht? das muss jetzt schon am Bett nehmen also ich wollte gerade sagen also zu behaupten dass du den nicht brauchst mann wäre Verrat an den Ottern ich blieb das immer noch aggressiv aber ich muss im Verlust wo wir los das ah das geht nicht ist der heute Abend noch da? wenn du Glück hast Betten stehen falls irgendwer stirbt und an der Burg spawnen möchte sehr nice wie lang brauchst du Hölle bis du wieder da bist? ich bin um neun wieder da dann sind die Chancen nicht so schlecht dass der noch da ist also nur zwei Stunden zwei Stunden ist nicht so lange also das kommt einem manchmal nicht so vor aber wenn wir so Sachen suchen gehen du brauchst manchmal alleine eineinhalb Stunden um die Sachen zusammen zu sammeln und wieder zu dem Bino gelaufen zu haben also zwei Stunden ist nicht unrealistisch ich würd mir vielleicht an deiner Stelle eine Box hinstellen und ein Bett und deine Sachen da reinpacken achso direkt an unserem Fluss ist einfach einfach randomly ich guck durch den Fluss bin das Helmets am jagen und da ist einfach ein scheiß Ort da wenn du mir das 50 Sekunden früher gesagt hätt also oder ja 10 Minuten früher gesagt hätt das hätt ich in dir geholt aber ich bin leider schon quer über dem Meer gerade Dankeschön Mike für die vier Monate Dankeschön Couch Barbar für den Prime Sub was mich daran erinnert dass ich meine Cryopods hier reinziehen möchte falls wir ein Disconnect haben vom Server und ich sterben sollte unter Wasser und Andrews befreien wie gern die auf den ausgenockten Rags? ich habe keine Ahnung aber ich bin trotzdem nicht der Fan davon wenn die da rumrennen so nah ich freu mich mega auf die Fledermäuse die sind richtig krass angeblich aber es wird auch spannend werden die überhaupt erstmal zu holen ich habe jetzt drei Sachen im Akku aber noch keinen Prime Gedöns mit der Sichel bekommen und es waren echt große Viecher mhm die Chance bei denen ist nicht so gut aber man kann halt was rauskriegen ist halt so ja mhm einfacher ist es was größeres im Wasser zu töten beziehungsweise das ist einfacher einfacher würde ich das jetzt nicht nennen deswegen sind Spinos übrigens sehr cool weil man mit den Sachen im Wasser töten? ja weil du da also ich finde Spinos sind einer der besten Einstiegsviecher um ins Wasser zu gehen weil du sie außerhalb des Wassers tamen kannst aber mit ihnen dann richtig gut ins Wasser reinkommst mhm Dankeschön what the fuck es sind so viele vielen vielen lieben Dank ihr Lieben sie laufen sehr lustig vielen 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 lieben Dank wegen dem Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin Dankeschön wenn sie aufrecht stehen ganz viel Spaß hier weiterhin vielen 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 lieben Dank ich habe eine wichtige Info für euch wenn ihr zur neuen Base zur Burg fliegt da gibt es ja diesen einen Hügel mit diesem ganzen Gold drauf ich würde euch nicht raten bei diesem Hügel mit dem ganzen Gold drauf ganz oben zu landen um Energie zu holen ich würde euch raten eher auf der Klippe irgendwo sich drauf zu setzen und quasi da kurz Pause zu machen weil als ich in der Nacht letztes Mal dahin geflogen bin und mich oben hingesetzt habe ist so ein wie heißen die Dinger so ein das Ding was dich anspringt bewusstlos macht und vom Flugvieh runter holt ist einfach so so ein Mikroraptor genau der ist einfach mit so einem halben Meter an meinem Gesicht vorbeigesegelt und wenn der mich erwischt hätte wäre ich mit neun von zehnprozentiger Wahrscheinlichkeit die Klippern hinten runter gestürzt bewusstlos bewusstlos immerhin hätte ich den Aufschlag nicht mitbekommen deswegen würde ich nicht machen so ich bin dann raus bis in zwei Stunden bis in zwei Stunden ciao so der ist fertig er ist sehr lieb Leles dankeschön ich habe aber schon getätet heute egal auf jeden Fall direkt mal verpaaren ich hab ja okay ich glaube das höchsten Gewicht State aber trotzdem das erste was ich jetzt planen werde ist ne Brotkammer damit wir diese ganzen Eier einfach auf einmal in einer Brotkammer rausspucken können wir wahrstens weiterlaufen Black Säger also der wenn ich Agitavis der ist ja 150er sind nicht immer die Besten tatsächlich kannst du mit dem 130er mehr Glück haben als mit dem 150er ja der kann gut tauchen wenn er tauchen kann schön ein Tauchvogel der dich abmountet bevor seine Kralle in den Fuß ach Deinos sind auch so süß Männchen kann man immer in Kryopods tun gell die haben ja keinen cooldown sehr gut ein bumse cooldown meinst du ja boah weiß ich gar nicht oh nein drei Mädchen haben keinen ne ich habe jetzt eingepackt äh das um mit dem Kipping wieder freizumachen für den nächsten ach hier sind Alu Saurier das ist ja schön ja die habe ich richtig vermisst dafür werde ich mir glaube ich auch immer welche holen ja ich habe mich gewundert dass du dir gestern nicht schon irgendwas geholt hast in die Richter jaa erst Base hab mich noch nicht so ganz entschieden genau ne ne deiner sind nicht die die ich anspucken ne ne das sind die Dylophosaurus die die spucken ähhhh lauf flieg ich grad ja ich flieg noch richtig ich find kein Ovis ich habe leider auch keins gefunden ich hab eins kann ich gleich einmal gucken gehen du hast auch den Weg zu neu nein es ist ein Düdikorus es ist ein eingeräuter Düdiko ich dachte das wäre ein Ovis es ist so es gibt Tage da hast du das Gefühl hier auf der Map gibt es keine im Eisbiom halt in der Unterwelt sag ich mal gibt es eher welche also dass du da los fliegst und eins holen kannst wenn du eins brauchst hier gibt es so Tage da findest du die ganze Zeit nichts und dann hast du das Gefühl oh guck mal hier da wo ich gestern siebenmal dran vorbeigeflogen bin und wo nichts war ist plötzlich ein Ovis-Spot mit acht Ovisen interessant das ist wie mit dem Honig der Honig wollte gestern über drei Stunden nicht respawnen und genau an der Stelle die ich gestern drei Stunden ge-ge-ge-ge-gecampt habe habe ich heute schon dreimal Honig geholt es ist schon dreimal respawned und es waren einfach vier Quellen oh Gott okay gut das Spiel hasst mich ich habe es verstanden ja warum eh ich habe es nice okay ich kann es aber nicht greifen ey nein du musst du es essen schade Petri oder Spitzhacke? Ich weiß es actually nicht. Hier steht Chainsaw oder Diabolf. Spitzhacke hat für Hammelge ist das. Da steht ja gar nichts dran. Ja genau. Das ist mein Problem. Hast du auf dem 150er? Ne, wie gesagt, der liegt eingepackt im Schrank. Ich verpaare den mal eben mit meiner hier. Ja. Lecker. Ein Danus-Urhus-Ei. Ach, das Tor kriegt man ja auch richtig schön hier reingesetzt. Bist du schon bei uns hier an der Burg? Ja, ich bin... Das kriegt man auch richtig schön reingesetzt, ja. Das ist echt cool. Ich bin halt im Überlegen schon mal zwei Seiten zuzumachen und dann erst das Innenleben zu töten, weil... Ja, ja. Das ist wahrscheinlich sonst... Die Frage ist, welche Seiten zumachen macht zuerst Sinn. Wahrscheinlich da in die Richtung, wo die Raptoren sind. Die Zweifel sind in alle Richtungen, Raptoren. Sehr gut. Das kann man doch nicht so bestätigen. Ja, weil ich hier sein darf... Wie viele Matten hast du? Moment. Ja, auf der anderen Seite sind auch viel so Allosaurus und so. Also es ist echt... Wäre gut, wenn beide schnell zugehen. Ich glaube, es ist hier am Rand noch irgendwo ein kleines Tor hier. Also wir haben... Wir haben zwei Tore, habe ich jetzt schon mal mit. Ja, aber dann... Dann geht das ja, wenn du zwei B-Math dabei hast, kannst du ja beide Dinger zumachen. Dann ist da nur noch ein kleines Tor für ein kleines Dino-Gate. Wunderschönen guten Abend. Ach, Daisy. Hallo. Hi. Ihr seid ja... Ihr seid ja irre, was ihr schon alles gemacht habt. Da wacht... Ich hab gesagt, wir machen Level 90, bis du heute wieder da bist. Und die Welt ist... Da sitzt ein Auto auf meinem Schlafplatz. Da ist ein Wolf vor der Tür, der heißt Ed. Das ist kein Wolf. Das ist ein Schwein. Nein, das ist ein Wolfschwein. Das ist ein Andrew. Ein Schweine-Wolf ist das. Ist das eigentlich... Ach, das steht da oben raus dann. Also ich meine, ist das erlaubt, dass das so ein Schweinebär ist? Ist das ein Man-Bear-Pick eigentlich? Man-Bear-Pick? Was? Kennst du das nicht? Softball? Doch, aber wie kommst du drauf, dass das... Na, weil das... Schaut die Körperform wie ein Schwein, der Kopf wie ein Wolf und... Ähm... Wir haben gerade einen Ort gefunden, den wir nehmen wollen. Aber wir fangen erst an, gerade zu bauen. Also... Ja, also wir könnten theoretisch schon reinmachen. Ähm... Das heißt, du bist quasi vom Timing her perfekt da. Okay. Oh, wow. Hi. Hallöchen. Wenn das Männchen hier so crap ist, suche ich noch eins. Ich bin bis in die Base gekommen. Lass dich auf jeden Fall nicht orientieren, Jay. Also wir sind nicht so weit, wie es aussieht. Absolut. Nein, nein. Hätte ich auch nicht. Äh... Warte mal. Ich brauche Gamma 4, oder? Das ist doch generell. Wir können... Wir haben auch keinen guten Gewichts-Stat. Vielleicht noch ganz nice. Mach ich schon mal das Türchen wieder auf? Wieso... Wieso bin ich... ...am sterben? Das... Das können wir dir nicht sagen. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Das liegt. Das ist, ähm... Sehr, sehr ärgerlich. Das, äh... Ganz komische Geschichte. Vielleicht hat Pia dich mit Aids infiziert. Das ist eigentlich die traurigste aller Wahrheiten, die wahr sein könnten. Das könnte tatsächlich so sein. Ganz einfach. Ganz einfach. Eine unfreiwillige Blutspende. Mehrfach. Über ein paar Stunden hinweg. Ich habe dich auch gefüttert, damit es dir wieder besser geht. Aber irgendwann hattest du keinen Hunger mehr. Und dann wolltest du nicht essen und dann kein Leben mehr regenerieren. Aber... Das war... Wovon redest du hier da? What? Ich möchte es nicht. Alles ist gut. Okay, wie kann... Es ist einfach ein bisschen. Wann geht es wieder? Nein, Moment, Moment. Du hast aber nicht das Bluttransfusionsset an mir ganz gerade abgesagt. Bestimmt nicht. Nein. Quatsch. Ich war sowas. Blutbeutel. Wir planen auch nicht mit dem Vampir zu zähmen. Auf gar keinen Fall. Okay. Mich hat es auch getroffen. Also am meisten gelitten haben Niki und ich, möchte ich an der Stelle anbringen. Ihr könnt sie doch weiterfressen. Ja, aber wir haben uns getötet, damit es schneller geht. Also du hast... Oder lass. Ich schlafe da gemütlich in dem Bett, das du gestern gebaut hast. Hast gesagt, ich soll mich da hinlegen. Und dann hast du mir wahrscheinlich Schlafmittel reingedonnert, damit du mir das Blut absaugst. Nein, das habe ich bei Holler gestern nur gemacht. Hast du ernsthaft Holler betäubt, um... Auf keinen Fall habe ich gestern Holler betäubt und bevor sie... Aber man muss an dieser Stelle sagen... Dinge, die man hoffentlich nur in ARC sagt. Sie hat drum gebeten. Also es war mit Konsent. Konsent is everything. Nee, aber es war... Also tatsächlich, Jay, bist du damit auch zumindest zu einem Zwanzigstel Teil von unserer ersten Fledermaus, die wir holen. Wir haben einfach intimweise entschieden, es können leider nicht alle Leute ihren Konsent geben, weil nicht alle da sind. Also haben wir als Team entschieden, wir nehmen einfach davon an, dass jeder sowieso Ja sagen würde und niemand eine Chance bekommt, nach Konsent zu sagen. Das klingt auf so vielen Ebenen falsch. Das klingt auf so fucking vielen Ebenen falsch. Also ich habe auch extra Blutbeutel 10 verschiedene gebaut, damit es steril ist. Hab dann aber nur eins benutzt, aber... Hast du vielleicht Aids, vielleicht auch nicht. Ups. Das ist die Aussage, die man hören will. Hey, du hast vielleicht Aids. Ups. Gut. Waren versehen. Waren... Ich habe es halt nicht vorher gewusst. Es wäre halt viel schlimmer gewesen, wenn es Absicht gewesen wäre, oder? Aha. Nur die Horde, so das bisschen Aids. Der ist ja schon zu 60% fertig. Ja. Ah. Der war ja auch schon ausgehungert. Stimmt, wir mussten ja erstmal suchen jeden. Ich finde, wenige Aids und die, die ich sehe, sind low level. Der braucht heute mal nur 20 Minuten. Ah, das ist schwierig. Also wir brauchen noch... Und... Damage. Der hat einfach 170 Leben noch, Alter. Der hatte eben noch weniger. Also ich glaube, ich habe noch nie was so close getamt. T-Mail 140? Holen wir? Ja, wenn die halt einen der guten wird, das wird super schwer, die zusammenzuziehen alle, ne? Wenn das Männchen quasi crap ist und alle guten Werte auf den Weibchen verteilt sind. Ja... Ist natürlich true. Männer halt. Moment mal. Moment. Moment mal. Achso, warte. Ist das noch nicht der, wir flammen Männer stream hier? Ups. Achso, ja, kannst du ruhig. Ich... Ich habe genug von Männern heute. Nein, nur montags, mittwochs und jeden zweiten Freitag, Pia. Achso, fuck. Und heute ist Dienstag, ne? Ja. Ein Fehler. Männlich 135. Okay. Weiblich 140. Ich nehme den 135er mit, wenn er sich mitnehmen lässt. So. Es ist halt schon sehr schief. Ich will auch lieber vom Kopf schon gefressen werden. Brauchst du die ganze Zeit schief, Pia. Ich versuch gerade dieses Behemoth Gate so reinzusetzen, dass ich glücklich bin. Die 140er will nur mit. Und das macht sich nicht glücklich. Haben wir Betäubungstarts und so zu starten, oder? Negativ. Haben wir... Wir rötig bauen. Aber... Ja. Ah ja, haben wir ja großartig. Das passt doch, oder? Chat. Boah, wie ist noch mal Zehmen gegangen. Und du schlägst so lange mit einer Keule auf was ein, dass es bewusstlos ist. Und gibst ihm dein Essen, bis es dich mag. Wobei es ist schon ein bisschen... Es ist schon ein bisschen schief, ne? Also hier auf der linken Seite ist es ein bisschen... Das ist ein Bedeutungsfeind. Das ist ein bisschen... Oh Gott. Ah, den holte ich. Ah, nice. Frosty ist auch gerade angekommen. Geil. Das ist ein 135er Männchen mit. Guck mal, was drinsteckt. Ähm... Wie war die Webseite nochmal? Dodotex, oder? Genau. Ach du Kacke. Das... Das war ja das alles. Apropos Dodotex. Zero. Auf was steht denn eigentlich die Zeimung hier? 3. Ah. Das ist Taming Speed 3. Ja, genau. Ja gut. Ich habe ein 130er Pietri. Da brauche ich ja gutes Essen. Da hab ich auf! Ja! Ja. Auf was steht. Ja. Ski. Ja! wieso liegt in der base kein stroh wir haben wieso kriegst du keine maske viele leute ich habe also nur dass du bescheid weiß es liegt an dir ich möchte dir da nichts vorschreiben aber wir befestigen gerade unsere neue also da wo wir dann wirklich base bauen wollen wo jeder auch so seinen eigenen scheiß und so dann bauen kann und alles und ich würde dir das einfach nur einmal mitteilen bevor du jetzt mega viel farmen gehst und dann drauf kommst dass du damit noch mal umziehen willst steht ja ja danke ich komme gern mit ich will nur dem 130er petri da haben jawohl ich will meine einzige meine ersten flieger will ich mir selber ziehen ich muss einmal ganz kurz einen einen spruch sagen der mir sehr wichtig ist der bergfried ist komplett wobei nicht ganz weil da ist noch eine tür aber fast was war das für ein film von stronghold crusader wenn du da deinen bergfried fertig gezogen hast dann krieg sie gebäude stehenden flammen sire ja ich krieg dir auch einfach gezogen die sind aggressiv du schießt wieder ok das sagt mir wir haben schon immer prime mit kristall ja sehr viel ich habe nur zwei dabei ich sehe es jetzt vielleicht wir haben irgendwie 600 oder so was haben wir 600 kristall kristall ich glaube nicht mehr aber doch es ist in meinem agent habe ja aber dann ist es auf jeden fall nicht mehr hier wo jays haben wollte ich habe es gesaved wie heißt das bei glas noch einmal das gibt es dieses geile super nein das gibt es nicht mehr es ist viel zu schnell das auch gerne behalten ganz ehrlich weil also ja aber dann ist die achs meeting meeting breeding app auch zu stark nein also ob ich das jetzt einmal einlese und die stats habe oder ob ich mit fernglas drauf gucke ja weil du musstest breeden du musstest tamen das ist der unterschied mit dem fernglas wirklich diese diese kack app die 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 14 milliarden statistiken gibt die du nicht lesen willst ziehst du vor gegenüber ein geiles smith spyglass das bei glas das problem das ich mit dem spyglass habe ist dass du die fiecher nicht tamen musst um alle stats zu sehen du rüstest das ein du aktivierst das einmal du musst es nicht mehr ausgerüstet haben du hast das im inventar mit du kannst dir auf der ganzen map dinos auslesen markieren farblich und siehst nee es ist einfach overpowered da brauche ich das spiel spielen dann kann ich auch die taming rate und die breeding rate einfach auf mal 20 stellen weil ich ja einfach nur noch das hole was genau den stat hat was ich brauche und sonst warte ich bis es wiped und ich das finde was den stat hat den ich brauche okay sehe ich zumindest mit dem fernglas die das level von dem tier ja ja natürlich sogar das geschlecht also es gibt es gibt auch es gibt nachher auch andere sachen und items die man sich halt kräften kann wo du auch generell noch ein bisschen mehr so überblick hast und die dir auch helfen dass du ein bisschen besser und leichter überlebt aber das ding kostet halt nix und du baust es auf level was fünf und ist einfach stärker als tech wenn ich kristall hätte dann könnte ich ja sowas bauen und blutet ja natürlich kann ich das bei glas auch individuell einstellen ich habe aber bock auf diesem server zu spielen und nicht für jedes einzelne item ding dass ich rein setze die nächsten zehn freien stunden die ich habe damit verbringen in der game ini dinge umzuschreiben bis der server das nächste mal abschmiert und ich alles wieder neu einstellen muss das ist der grund warum es kein community server ist weil ich keinen bock habe darauf wenn ich jemanden wenn sich hier jemand von den spielenden freiwillig meldet der bock hat game release zu bearbeiten dann dem der person steht das frei ich habe diesen server nur mit sich dazu melden glaube ihm kein wort was wenn ich mich dazu melde ich melde mich dazu fix nicht ja der turd schaden muss auf mal 100 sein das ist das ist die folge ich bin so mein viel aber auch mal 10 nicht hier oben tötest du das ist da okay ich jetzt drei brontos auf einmal die sachen in dem agent haben es sind viel sicherer als in der kiste die giste schneller kaputt als der agent habe ist aber agent habe ist es ja aber wir haben auch noch keine base also ich möchte an dieser stelle ich möchte an dieser stelle einmal mitbringen oder informationen abliefern dafür dass wir hier tatsächlich jetzt die tore zugemacht haben nur noch das kleine tür ist offen es ist nichts mehr drinnen was uns wehtun kann es könnte aber potenziell nachspawnen solange wir wahrscheinlich nichts reinbauen einfach mal ein ganzes filet 1 ich habe füllen oder so ich hatte aber auch nur eins rausbekommen ich glaube 1 2 wäre noch gut ne also ja auch nach 99 taming 8 9 also ich bin auch gleich wieder verfügbar wir haben 174 da bin übrigens über 50 punkte und oxygen hat dann mache ich euch aus wie bauen wir eigentlich bauen wir unten rein haben wir eine regel wer wie wo baut wer wie viel platz drin bekommt gibt es regeln baue ich einfach einfach wieder also ich würde dann auch gar nicht so viel dach drüber setzen oder sowas glaube ich erst mal einfach erst mal nur die ganzen betriebsstätten bauen und wenn irgendwer ein eigenes zimmer haben will oder sonst was dann muss er sich das selber dahin zimmern irgendwo ich würde das auf so offen lassen wie es geht eigentlich solange hier nicht wirklich richtig hat pvp action am start ist aber das ist doch nicht schön ich berichtige nikki wir haben ein tag rex level 256 der gerade in bontor vernünscht du kannst ja quasi die werkstätten bauen und da irgendwie ein bisschen mit säulen und dach oder was irgendwie wird drüber packen bisschen schräg dächer oder sowas aber ich glaube du musst nicht alles so mauern also es braucht nicht alles es muss nicht alles ein haus sein wir sind doch keine nomaden doch wir ziehen gerade um verlassen gerade den ort nach einem tag wir sind sowas von nomaden wenn ich dir das dorf was wir einfach nur weiter aufbauen müssten drei meter weiter zeige dann ziehst du gleich wiederum morgen es gibt ein dorf mehrere dörfer zeig mir schluse das nicht damit ich es nicht sehe wollen wir noch mal umziehen bist du an der burg ja ich soll mir ausflug zum dorf machen das ist nicht so weit weg es ist halt dunkel gerade noch das wird gerade dunkel gamma 4 es geht um die kälte aber ich bin also ich wäre da ok warte dann warst du ein terrain oder einen agent ich habe einen agent dann nehme ich auch einen agent dann kommen sie bitte kommen sie kommen sie also wir haben 35 punkte in hp 40 punkte in stamina 40 punkte in oxygen nein 27 punkte in food 36 punkte in weight und 37 punkte in damage und 40 punkte in speed ach du scheiße was war der höchste was war 40 mit stamina und speed der höchste das heißt meine unterwasserrechtsarmee hat ihren anfang gefunden ich dachte ihren anführer der aerodactyl 141 da oben gehört dem wer ja ja die die ganzen flugfiecher gehören gerade alle leuten wir haben zu wenige aber wenn du es nicht tötest kannst du es safe nutzen ich würde gern wo setzen ihr dann würde ich mal rüberkommen in der burg ich kann dich holen gehen sobald ich das nächste mal also sobald ich quasi hier das nächste mal abgebaut habe aber alternativ wenn du es vorfindet er das alleine ich würde einfach nur rechts vom goldenen berg da haben wir noch kennt den goldenen berg noch nicht ich kenne gar nichts ich kenne die bs wo ich gestorben bin haben wir noch ein kryopold in der ps zufällig aber ich kann dir gleich einen zurückbringen weil ich gleich meinen schwein hier pack also auspacke da ist so ein rex hinter uns ich will trotzdem da reingucken ja der ist da drüben wir haben hier auch noch ein paar legen kreopods also das sind ja mega die hübschen häuser wo muss ich ihn fliegen in welche richtung von der ps aus von hier wir können gleich zur flamme fliegen ja ich finde kleine häuschen halt immer unpraktisch sobald irgendjemand große hallen ja das ist schon geil ich ich bring dir ich bring wir könnten ja immer noch hier so also so wenn jemand sich sein häuschen einrichten wir hier immer noch dorf ansiedeln und da hinten ist halt burg da müssen wir dann halt jeden tag hin um zu arbeiten und zu schuften um für pia zu schuften warum für pia was hat denn hier ja hier ist an allem schuld dass das grundsätzlich eine gute 1 warum denn pia pia hat nix gemacht jetzt zwingen uns hier zum arg spielen ich weiß nicht mal mehr wo die burg ist ja kommen kommen sie kommen sie gänse styles das pia ich gehe mal essen bis später tschüss bis später stimmt eigentlich müssen wir meinen stream titel um ändern in friedhof der der dodos weil es gibt ja keinen einzigen lebenden tod mehr was ich habe so viele geholt gestern ja viel hat sagt das an alle dodos getötet nein ich habe niemanden getötet wir hatten ein bronto der in unserer basis was anderes angegriffen hat also einen wilden bronto der einmal mit dem schwanz geschlagen hat mit dem schwanz durch die dodo steinbase durchgeklippt ist und alle dodos gewiped hat ich bin in das dodo gehege rein und es war einfach ein meer aus toten dodos die auf dem boden lagen das war grund eins warum ich die base verlassen wollte ein wenig später hatten wir einen angriff zwei von dem bronto und er hat mir meine gesamten wasserleitungen zerschlagen weswegen wir kein wasser mehr hatten und das war grund zwei warum ich umziehen wollte ich habe noch eine männlichen gefunden am bieberteich also 1435er schrott sein sollte da jagt mich was der flotter mit der hat 165 narkosemittel flottert du konflikte den kriegst du nicht mehr 165 narkosemittel oder wir weinen nein 65 okay wir weinen trotzdem aber wenn ich den töd kriege ich die doch oder nein nein es macht halt sinn dass du das so quasi auf den null slot immer eine beere oder so legst weil der zieht wenn das so ist wie früher am liebsten aus dem null slot was das macht aber nur der pego maßtag ist der vogel wasserbiet sehr random habe ich das gefühl ja mist ja der klaut ja auch aus dem er ist er bär einfach werden inventar haben hilft am vogel schon gut okay sorry alles gut da kann es ja nichts für das passiert jedem brauchst du noch lange nicht gehen sonst fliege ich einfach mal los ich warte auf hier die zurückkommt mit dem körper ich bin gleich da ich habe gerade sachen abgestellt also quasi schränke gebaut um jetzt die ganzen sachen einzupacken weil es würde wenig sinn ergeben wenn ich jetzt alles wieder wenn ich jetzt alles wieder mit zurücknehmen was ich schon hergebracht habe ich habe aktuell drei viele so ab weiter gesammelt haben sie okay ja ich habe gleich noch drei okay ich kriege wir nichts raus ich auch nicht ich gehe mal jetzt habe ich wieder finden ich habe das beste 1 000 ist einfach der heil buff dass ich ganze zeit heilen ist so angenehm ja bis sie heilt bis man halt fucking eilen hat Okay, never mind. Ich hab... Doch, genau, ich hab fünf Filet. Sad. Ich hab vier. Damit haben wir doch neun, das reicht doch. Ja, das reicht doch. Ah, komm hoch. Ist ihr Otter zu viel, dass ich mal da einen nehm, weil es ist schon zu klein? Boah, das ist ne ganz schlechte Idee. Dann musst du noch zwei Stunden warten, bis diese Frage beantwortet werden kann. Das ist ne ganz schlechte Idee. Sind wir wieder bei dem Thema, so nimm meinen Otter und ich töte dich? Wir sind bei Holla, ist komplett verzweifelt, um diese Otter zu tamen. Und Otter. Ich glaube, die ist nicht glücklich, wenn du die wegziehst. Hey, ich hab mir das letztes Mal schon nicht trauen. Ich glaube, ich hab einen Otter gekillt von ihr. Also, seitdem ist das ein wenig auf Eis, die Beziehung zwischen Holla und mir. Komisch. Hab ich gezogen. Habt ihr... Ihr seid ja hier in der Nähe, oder? Die ganze Zeit. Wir sind hier oben drauf. Ja, ich hab da unten in das Gras, hab ich quasi zwei von den Schweinen gepackt, die wir haben. Vielleicht habt ihr ja Zeit, alle 10 Minuten, alle 15, alle 20 Minuten, nur mal kurz zu gucken, ob Chelsea noch Fleisch drin hat. Das ist das Baby-Ding. Okay. Das wär super cool. Also, sie hat jetzt gekochtes Fleisch drin, irgendwie... Was sind's? 120 Stück? Ja gut, das sollte ja auch länger reichen. Das sollte länger reichen, aber... Also, ich geh jetzt Jay holen und... Wie viel... Ja, wie viel Prozent ich lose? Komm ich da hin, weil es ist ziemlich kalt. Äh... Hast du was an? Leder. Okay. Okay. Wie viel Resistenzen hast du? Danke. Acht. Wärst du so süß, der Rex. Zehn. Entschuldigung, ich hab nicht noch eins gelabelt. Oh. Ah, wir können doch... Äh, wie heißt, wir können doch Fell machen. Moment. Felt, sie meinst du? In welche Richtung muss ich denn jetzt nochmal fliegen, damit ich wieder zurückkomme? Ach, der Fell? Richtung grüner Obelisk, oder? Nein, Richtung blauer Obelisk. Richtung blauer? Ja. Es ist nachts so schwierig, das zu erkennen. Wird ich nicht. Ein GPS rettet Leben. Achso, weil ich es nicht herstellen könnte. Ah. Irgendwann müsste ich mir auch mal eins machen. Immer im AFK. Okay. Okay. Das wird wieder brauchen, bis ich diese Map endlich verinnerlicht habe. Ja. Ja. Oh ja. Okay. Ach, meine Mods haben unseren Stream umbenannt. Der Stream heißt jetzt wirklich Friedhof des Dodos. Der Dodos. Das ist ja schön. So, hab jetzt Pelz. Pelz. Jetzt ist es mir nicht mehr. Alles gut. Der hat ... Sehr, sehr passend. Ähm ... Ich glaube, ich hätte vielleicht doch nochmal Stamina aufladen sollen, bevor ich über das Meer fliege. ... Dann würde ich mich jetzt ein bisschen wohler fühlen. So. Björn sind im letzten Slot drin. Da ist übrigens ein Dodo. Also ... Ich muss was zeigen. Das ist total toll für den Dodo. Du hast gesagt, es gibt keine mehr auf diesem Server. Ich wollte nur sagen, sie sind wieder da. Nein, ich habe gesagt, wir haben keine mehr. Ja. Also, du hast die wirklich gezähmen lassen? Wir haben die gezähmt, weil wir sie für Kibble gebraucht haben. Ach so. Ja. Ich brauche sonst keine. Ja, Dora und Didi sind tot. Lange liebe Dora und Didi. Ich hätte halt lieber was anderes quasi für kleine Eier. Was wir dann nutzen für Kibble, weil ich Dodos wirklich ausgesprochen nervig finde. Ja. Du kannst doch hier eine Dodo-Farm irgendwo machen, ziemlich weit abseits und da kümmert sich wer andere drum. Oder ich nehme einfach Viecher, die cooler sind. Was gibt denn noch kleine Eier? Hm. Tetranodons? Tetranodons, glaube ich. Tetranodons? Also gar nicht. Sag sie mir einfach die Koordinaten, wo ich das mache. Ich hole dich grad ab, Jay. Achso. Das Mal ist auch Dodo. Achso. Weil Niki ist ohne mich geflogen. Nein, ist er nicht. Doch, er ist weg. Aber Niki ist nicht ohne dich Richtung Base geflogen. Bin noch in... Nein, bin ich auch nicht. Ich flieg nur hier grad um unsere Base noch ein bisschen hin. Schau, ob noch irgendwas lustiges hinter mir ist. Das ist leider ein bisschen größer. Es ist nicht so einfach von A nach B zu kommen. Setz dich am ganz anderen Ende oder was? Nein, aber die Map ist groß. Und ich flieg nur mit einem Agentavis. Die haben nicht so viel Tempo. Ach, da ist Kranes. Ah, dann weiß ich wo du herkommst. Chat sagt Featherlight und Para geht auch. Seht ihr? Dann kann ich Featherlights dafür nehmen. Und Pinguiner. Ich hatte einen wunderschönen Tag, Domo. Bis jetzt. Agatha. Ach, ist das süß. Was macht Kranes eigentlich? Er steht auf einer Struktur ohne Dach. Nackt. Mit Feuer. Im Schneegebiet. Typisch Kranes. So, ich hab Cryopods mit. Sogar zwei. Dann können wir noch irgendwas mitnehmen. Wir können... Man pfeift ja mit einer gewissen Taste. Ich probier's jetzt nicht aus. Dann gibt's ja diese eine Taste, wo ihr uns alle hasst, wenn wir die berühren. Wie heißt die nochmal? J. Gut, wie kann ich die wegbinden, damit ich die nicht hab? Tastatureinstellungen. Alle folgen mir weg. Also, wenn du damit umgehen kannst, ist das kein Problem. Ich hab die absichtlich drin, weil man die manchmal brauchen kann. Ja, aber ich will die woanders haben als auf J. Wo geb ich denn die hin? Die geb ich auf A, glaub ich. Das ist eine gute Idee. Ich hab dir schon mal einen Cryopods geklaut, Pia. Jawoll. Was nimmst du mit? Intrax. Oh. Was ist mit Steven? Nehmen wir Steven auch direkt mit? Können wir machen. Oder nehmen wir Ed mit? Wir haben dort zwei Cryopods, ne? Mhm. Ja, die anderen liegen, glaub ich, alle hier. Wir haben auch grad nur drei weitere hier rumliegen. Weitere Kostüme bleiben nicht auf Sachen drauf. Das Problem ist, nichts von den Viechern, was wir mitnehmen wollen, können wir tragen. Mit den Vögeln, die wir haben. Das ist vollkommen richtig. Die stehen doch einfach schnell ein paar her, oder? Ich kann die nicht. Haben wir überhaupt noch Ressourcen hier dafür? Ich schau gerade. Ich hab nicht alles... Ja, aber Pia hat alles Crystal weg. Nein, nur... Aber wir haben keine... Es gibt dann den Crystals. Ja, aber wir können doch einfach rüberfliegen und dann... Wir kriegen eh nicht alle Dinos jetzt weg. Ja. Seid ihr ready? Hier pack du ein, was du für besser hältst von den beiden noch. Nimm doch mal ein bisschen Öl von der Ölgruppe mit. Hm. Was heißt für besser? Ähm. Wir brauchen eh beides dort. Such dir einen von beiden aus. Ich kann mir doch keinen aussuchen. Welches ist dein Lieblingsdiener? Dino. Nee, es geht darum. Ich nehm das Farmvieh zuerst mit. Weil der dann schneller die Cryo-Sickness los ist. Ich geh nach Taktik. You follow me? I follow you? Ich hätte super gerne so ne Brutmutter Breeding Station auf diesen Metallklippen von der Burg so Richtung Sonnenuntergang nach außen hin. Let's go. Und mir ist auch bewusst, wie viel Metall ich farmen muss. Oh Gott, ist das wieder so ein Glas-Glas-Baumhaus all over again? Natürlich. Ach du Scheiße. Nur diesmal an der Klippe. Ha. Cliff-Flash House. Nice. Wie wir letztens verzweifelt sind damals an dem Haus. Aber es war dann gegen den Schluss hin echt süß. Ja. Ach soll ich eigentlich auf euch warten? Ich muss dann, also, Jay sollte sich eh eher nach dir richten als nach mir. Aber du kannst, ich bin einfach langsamer. Ist das ein Alpha-Rex da unten oder sehe ich schlecht? Versucht da, wo wir sind, zu landen. Ach du bist da, perfekt. Und da Stamina mal aufladen. Ich weiß nicht, wie viel Ausdauer dein Viech hat. Meiner? Meiner? Meiner ist super. Das war Hälfte. Jawoll, jetzt kommt die lange Strecke. Und da kannst du jetzt keine Pause machen. Und am besten nicht E drücken. Mhm. Achso. Bin wieder da. Was ist E? Wir sollten uns übrigens mal durch diese ganzen Echo-Tables durchgucken. Weil es gibt zum Beispiel bei einem auf jeden Fall die Icebox. Und spätestens wenn wir River-Milch sammeln gehen, ist die sehr praktisch, weil da hält die Milch irgendwie mehrere Tage bis Wochen drin. Mhm. Und Steven sagt, es gibt bei irgendeiner Mod auch Beete, bei denen man alles mögliche sowas wie Organic Polymer und so anpflanzen kann. Ich bin jetzt schon verliebt in diesen Fluss, in diesen Fjord. Welcher Fjord? Na, wo wir grad drüber fliegen. Das ist ein Meer. Das ist halt kein Fjord. Das ist ein fucking, das ist das Meer. Das ist nicht das Meer. Natürlich. Auf der einen Seite ist Insel, auf der anderen Seite ist Insel ein Fjord. Fertig. Ja. Wo ist der 140er Meer? Der steht glaube ich dahin. Der Fjord ist auch verliebt in dich, gerade wenn du ganz besonders knapp an ihm vorbeifliegst. Achso. Mach's nicht, mach's nicht. Wenn man unten vorbeifliegt, ist er nett. Wieso? Nein, mach's nicht. Das war ein Joke. Warum? Was ist da unten? Fischerze. Schöne große Fischerze im Wasser. Yay. Schöne große Fischerze. Fischerze. Okay. Wir machen eine Unterwasserpässe, lieber Jett. Falsch abgebaut. Wo bist denn du hin, Pio? Ich seh dich nicht. Wir fliegen nur geradeaus. Achso. Ich hab kurz Stamina aufgeladen. Die hast du auf dem Wasserstamina aufgeladen. Tja. Meine Sache. Nein, ich war schon übers Wasser drüber. Aber Zweifelsfall, Erfolg, Pfeifen, absteigen. Nicht ganz oben. Nicht ganz oben halten. Nicht ganz... Nein, nicht ganz... Was? Da oben sind... Wenn ich dich abhole, dann folge mir. Nein, da oben landen... Da sind Mikroraptoren. Achso. Ich hab was mitgebracht. Das ist blöd. Ja. Als ich das letzte Mal da oben gelandet bin, ist der einen Meter an mir ganz knapp vorbeigeslidet. Nö. Aber du warst vorher nicht da, als ich das gesagt hab. Also alles gut. Möchte ich da schon abhole, dann möchte ich dich auch in vollen Teilen und lebendig ankommen lassen. Ich hab den Trextext genannt und jetzt hab meinen Namen schlecht, ganz ehrlich. Oh, no comment. Ich fühle mich umhegt wie von einer Brutmutter. Du fühlst dich was? Umhegt wie von einer Brutmutter. Und weißt du warum? Nein, positiv. Achso. Warum? Weil du gesagt hast, du willst mich als Ganzes da anbringen. Ja, ja. Ja, ja. Ist ja gut. Das ist ja gut. Das links ist ein Alpharaptor. Alpharaptor, ja. Ist nicht gut. Da gibt's viel, viel, viel XP. Komm mit dem Agent. Du kommst. Okay. Willkommen bei unserem neuen Zuhause, Jay. Oh. Leg mich. Lex ist 74. Rex können wir leider nicht. Bitte sagts man nicht, dass ihr das baut habt. Mhm. Doch, doch. Das haben wir. Naja, die Mods hätten wir dafür, dass wir das bauen können. Das ist von der, das ist quasi eine Burg, die von, ähm, die am App hergegeben wird. Aber wir haben schon interaktive Tore. Au, die in die falsche Richtung aufgehen. Das muss ich noch umändern. Ich hab noch 50 im Eventar, also. Okay. Ja gut, ich leg's in den Schrank. Dann weißt du. Also reichen auf jeden Fall die, die ich hab. Holy Moly. Ja, ich hab's trotzdem im Schrank gelegt. Du kannst da einfach dran rumbauen. Also, innen, außen, überall. Naja, es ist halt ne feste Struktur wie ein Berg. Voll gut. Loser. Ja? Wo muss ich am besten hin, um Fledermäuse zu suchen? Ja, komm mal, bist du an der Burg? Ist gar nicht so weit von hier. So, Steven ist auch hier. Okay, ihr wollt's hier herinnen also bauen. Gut. Hat sich schon irgendwer irgendwo eingeniestet? Nö. Würde mir sonst auch, wenn ihr alles vollgemacht habt, irgendwo ne Plattform einfach hinhängen, um da irgendwas draufzubauen. Das stimmt ganz gut, ja. Eine Plattform? Wie hängst du da ne Plattform ein? Kannst du in die Wand hängen, in die Mauer. Klippenplattformen. Ah ja, stimmt. Das heißt, wir können mehrere Stockwerke drinnen bauen und auch die mit Leitern verbinden. Zum Beispiel die Gewächshäuser auf so ne Plattform bauen macht Sinn. Die weißen Klippen gehören Pio. Die komplette äußere Mauer, Plattform dran und Velos drauf setzen. Ey! Ey! Warum ist der nicht auf Passive? Warum sind die nicht auf Passive? Weiß ich nicht. Ich hab sie ja auf Passive gestellt. Ich saß auf keinen von denen drauf. Ah, mein Chat hat grad gemeint, die weißen Klippen gehören dir? Welche Klippen? Ich hab dann, glaub ich, nicht umgestellt. Ich hab nur gesagt, ich würd gerne... nach außen hin, hier an den Klippen. Hm, auf der anderen Seite Richtung Meer raus. Ähm, an irgendeiner von den Klippen möchte ich, ähm, mein Rock-Track-Breeding-Center bauen. Ja, das schaut schon geil aus, das verstehe ich. Ja, was machst du mit dem armen Vogel? Der dreht ja komplett am Rad. Okay. Wir sind immer so am Rad. Ähm, wir wollen... Wann will ich wegen Fledermäuse gucken? Ja, ich muss hier eben kurz den Agentarwes legen. Ich brauch mal Kristall, ich brauch ein Fernglas. Wo habt ihr das Kristall versteckt? Da in die Dings? Wir haben nur... Ich hab unten zwei Schränke drin, und da ist alles, was ich mitgenommen habe, ist da drin. Ich brauch nur zwei Kristallen mehr Bräune. Ja, alles gut. Oh. Irgendwas, was ich aufheben kann unter meiner Kralle töten. So. Wo ist Niki? Da ist Niki jetzt. Ja, ich hab zwar kein Blut dabei, aber du kannst mir ja erstmal zeigen, wo wir hin müssen. Nee, du musst eh erstmal Moschops tamen, ne? Nee. Nee, muss man nicht. Geht auch ohne. Ja, das würde voraussetzen, dass ich ein High-Level tamen will. Oh. Dankeschön. Ich hab Pizza bekommen. Echtst du nicht schon die ganze Zeit? Chips. Ach so. Jetzt ess ich Pizza mit Chips. Wartet auf mich, ich flieg mit. Ich hab nur noch Pizza auf dem Schoß, aber ich kann auch mit Pizza auf dem Schoß fliegen. Bist du der Agentarwiss hinter uns? Ja. Dann flieg ich langsam mal wach. Wo fliegt sie hin? Wo fliegt sie hin? Äh, gucken, wo wir gehen nachher, ähm, wir gehen nachher Fledermäuse holen. Ach so. Okay. Deswegen. Kommt auch mal mit. Willst du sehen, wo das ist? Ich glaub, das wird ein Gruppenausflug, weil Jonas will auch mit. Also jeder, der sich anschauen möchte. Ja, ja, ja. Stopp. Wo fliegt sie grad hin? Wir gucken grade nur, wo es ist. Alles gut. Dann flieg ich auch mit. Flittermhäuse gucken. Ja, ja. Wo, wo, wo seid ihr? Wir sind jetzt grade über den Biberteich drüber geflogen in Richtung Dorf. Ah, hier ist das Dorf. Interesting. Biberteich Richtung Dorf. Äh. So. Richtung grüner Obi. Ist doch eigentlich ein schönes Freigelände hier. Ja. Ja, das geht mit. Du meinst das Freigelände mit dem Rex drin? Mein Gamma ist so hoch. Das ist ein Hammer. Ich seh nicht einmal die... Das Gamma ist der Hammer. Ich seh nicht einmal die... Ich erkenne nicht einmal welche... Monolithen das sind. Oh, der ist doch 50 Lull. Ist das ein... Mach doch nicht den. Ich hab' ich nur geschaut, ich den kurz wechseln. Also wir... Wir ähm... Fliegen da heute nochmal hin, Jay. Ja, ist okay. Ich muss meine Entschuldigung noch kurz da machen. Ist das die Höhle im Wasserfall? Das ist die Höhle im Wasserfall. Da ist ne Höhle im Wasserfall? Ja. Können wir da rein, weil das es gefährlich ist? Oder werden wir abgemauertes? Man kann einfach durchfliegen. Ja, aber ich meine, wie weit kann man fliegen? Weil wir werden irgendwann abgemauertes. Ich hab' die Höhenflugfähigkeit eingestellt. Du hast Höhenfliegen dann gemacht? Sobald wir das... Die hängen da oben an der Decke, ne? Wenn die kommen, dann greifen die euch direkt. Ich kann nicht nach hinten, weil da ein Fliepfliegen auf mir drauf ist. Ja. Ich wurde abgemauertes, sorry. Oh lol! Die hängen da ja einfach. Ja. Alter, mega geil! Ich will... Ich will! Aber die sind low. Ja, aber wir wollen ja zuerst low. Und also ich würde auch raten... Also am besten ist... Ich weiß nicht, ob irgendwer schon die Harpune kann, aber den, den du haben willst, eins zu netzen und die anderen erstmal zu töten. Und das nur mit einem in der Höhle zu machen. Ist das nicht grausam? Ist eigentlich eh immer grausam? Ja. Okay. Wie war das mit der Kettensäge? Mit den Pinguin-Bibis? Ich habe gar keinen Bock auf Pinguin-Bibis-Kettensägen-Action. Okay, aber dann wissen wir auf jeden Fall jetzt, wo es ist. Und dann hätte ich gesagt, holen wir das Blut. Ich will... Ich will... Also willst du jetzt den Rex haben oder nicht? Wenn nicht, töte ich den jetzt. Ich darfst ihn töten. Warum? Ich will Tech-Rexe. Also, okay. Ich würde auch direkt auf Tech-Rexe gehen. Hm. Wir haben jetzt schon einen. Breedest du die... Niki. I can. I don't really care. Für... Bosch. Rechse blüten ist angenehm. Das dauert ewig. Da... Da muss man nicht so viel machen. Da kann vieles andere in der Zeit machen. Und Techse... Und Techse... Äh, und Rex... Techse, genau. Und Rexe... Tame ist eh entspannt. Ja. Wer züchtet eigentlich die Gigas? Das ist die wahre Frage. Kann ich machen, wenn die endlich da sind. Also, ich weiß, wo die spawned sind. Okay. Aber dafür brauchen wir halt... Also, ich glaube... Dafür brauchen wir noch ein, zwei Tage, bevor wir Gigas zählen. Ja. Oder zumindest muss die Base einmal vernünftig stehen und irgendwie einen Berry Farmer für... Narcotics da sein. So... So... Dann fliege ich mal zur Base zurück. Wo schnall Blut. Wie viele brauchst du noch? Ich könnte mich hier mit drei Brontos anlegen. Ach, ich kann Parasaurier gar nicht aufheben, ne? Ach, ach... Das ist ja schon mal... Eins brauchen wir noch, ne? Genau, eins wäre noch ganz gut. Und danach vielleicht noch mehr Farben, weil der wahrscheinlich noch nicht so hungrig ist. Ich weiß, ob das alles reicht. Besser als ich... Oh, doch. Hat noch nicht... ...gefischt. Da liegt was... Der Wasser. Das ist ein Rex. Also, sind die so painful wie die Bloodstalk und lassen dich dann einfach irgendwann fallen, wenn du keinen Bock mehr auf die hast? Ich hab alles, was ich brauchen will. Die lassen dich irgendwann fallen oder... Also ja, du musst dich fallen lassen, wenn du dich schlägst, dann geht ja die Effektivität wieder runter. Ähm, schnellster Flug, Dino, müsste Gryphon im Sturzflug sein, außer es gibt mittlerweile was Schnelleres. Ich weiß gar nicht, ob die Schnee alle schneller ist im Sturzflug. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Weil Gryphons dieses Untertauchen haben im Sturzflug, wo sie dann so schwungen gehen. Das können die auch. Das können die auch. Das können die auch. Mhm. Ja. Das ist einfach. Ich... Fucking stupid. Ich liebe es. Jut, ähm... Steven ist jetzt hier, das heißt, wir können theoretisch gesehen farmen. Wollen wir schon in der Burg betten? Ja, zwei Stück. Äh, ich kann welche... Ich kann noch welche setzen auch. Ich hab noch mehr mit. Ich hab sie noch nicht gesetzt. Das ist ein 150er Bronto, an dem ich hier snacke, oder? Oder einfach jemand mit vielen Punkten HP. Aber es kamen immerhin zwei rohe Filet raus. Sehr schön. Ja, wir sind auf jeden Fall schon massig. Können wir vielleicht so was braten? Mal schauen. Okay. Ich flieg zurück und hol das nächste, den nächsten Dino. Wir haben noch in dem Schrank drei Kryo-Bälle, du willst das mitnehmen? Jawoll. Haben wir überhaupt noch so viele Sachen, die wir mitnehmen können? Also Dinos. Hm, Fiumia haben wir noch. In welchem Schrank sind denn diese Kryo-Bälle? Äh, oben beim Käfig. Nee. Also habt ihr dann zwei Schränke, oder? Nee. Ist er nicht mehr? Hat die ihm draus genommen? Irgendwann waren da mal welche drin? Ich hab zwei Stücke im Inventar. Ich glaub, da waren die Vögel zwischen Stücke drin. Warte, ich kann dir... Ich bin da. Ich leg sie dir in den Schrank. Dankeschön. Ja, hier in dem Schrank sind doch zwei. Ja, jetzt. Zwei Schluse. Welche reinge... Nee, jetzt sind vier. Hä? Bei mir... Ich seh nur zwei in dem Schrank. Ach, da oben! Ich bin blind. Jetzt. Gut. Dann flieg ich mal zurück und hol Sachen. Die Bäume im Burghof wollt sie ja lassen, oder? Nein. Ich find die nämlich wunderschön. Das wollt sie nicht lassen, was da drin ist? Das wird so peen für mich bauen. Was ist das, die irgendwo reinklippen? Also du kannst sie gerne mal lassen und dann schauen wir beim Bauen quasi einfach, welcher bleiben darf und welcher nicht. Ach, das ist gleich alles gepolt. Ja, nicht alle, alle, aber... Das geht schon. Wer hat denn da nen Pelzmattel an und unten rum nen Schlippi, das Schluse? Ja, weil der Schlippi nur ne Lederhose war, ist halt schnell kaputt gegangen. Und das ist ein Leder-Schlippi. Ich wünsche mir in der Tat mal meine Lederhose kraften, glaube ich. Oh, okay, jetzt mehr Zeit. Wie weit ist der denn jetzt? Der frisst nicht mehr, okay. Ja, das dauert noch ein bisschen. Also, dann würde ich jetzt die anderen Dinos noch holen, die drüben sind. Mhm. Und wie lange hält denn das Blut außerhalb vom Refrigerator? Ich guck gleich. Aber eigentlich lange genug, weil es hoch, also es ist ja ein hunderter Stack und wenn eins dann vergammelt oder zwei ist ja nicht schlimm. Dann nehm ich das auch schon mit. Jo. Jo, jo, jo. Dürfte ich mir zum Farmen der Baumarts einen Agentavis ausborgen da oben? Oder sind die... Wenn du nen Sattel hast... Ja, das ist blöd, ne? Das ist eher das Problem. Sind die Sattel so teuer oder was? Äh, ich weiß kein Action. Also, ich muss mal schauen. Boah, und ich glaub im letzten... Der... ...einander besser hat, wird kein Chitin mehr. Weiß ich nicht, wie viel wir hier grad haben. Wenn du... Wenn du für mich nachguckst, Jay, wie viel Chitin du brauchst, bring ich dir das mit. Ich kann... Ich kann... Ich müsste... Es müsste mir sowieso jemand anderes bauen. Agentavis. Wer kann den Sattel denn schon? Ich kann ihn... Äh, ich steck kurz den. Schau. Wenn das fehlt. Der Herzen... Ich hab mir die Agentavis, ja, oder? Ja. Ich hab nämlich nur Revenger Sattel und... Okay... Agentavis. Wie viel seh ich denn nicht? Das ist der hier... Guck mal, hast du noch... Ähm... Hast du noch Filet in der Tasche bei einem? Es fehlen 40 Chitin. Äh, ich hab kein Filet in der Tasche. Nimm ich mit? Cool. Es war ja noch ein bisschen... ... aber hattest du alles in den Dings gepackt, ne? Ich hab alles reingepackt hier in den, was wir haben. Eigentlich müsste was überbleiben, glaub ich. Braucht ihr noch mehr Filet? Soll ich noch was mit holen? Ne, ne. Ne, aber ich hab grad die... Warte, ich teste mal wie lange so ein Stück Filet in der Icebox hält. Da oben gerade einer aufgestellt bei uns. Oh, das ist natürlich praktisch. Die Map ist auch noch sehr neu. Ähm... Das ist, glaub ich, die neueste. Sogar. Das ist doch gut, das ist gut. Also die neueste Custom Map, die jetzt rausgekommen ist. Die wurde halt quasi gemoddet. Die ist auch kostenlos. Und wurde als offizielle Mod Map... Ne, wir haben noch keinen Strom. Alles läuft ohne Strom. Angenommen. Okay. Na, wir hätten eigentlich Strom. Ja, das Generator ist schon da. Und, äh, 90 Benzin ist auch da. Der Kucker ist auch ganz gut, glaub ich. Kucker und Kochtopf. Damit die... Der macht das alles ein bisschen länger. Schnell rum. Ja genau, es sind mehrere Maps, aber... Also... Es gibt halt mehrere Leers quasi, zwischen denen man hin und her reisen kann. Das ist ganz cool gemacht. Aber wir spielen auch erst seit gestern drauf. Ich hab's auch noch nicht gesehen. Ich hab nur ein bisschen was aus dem Chat mitbekommen bis jetzt. Ähm... Es ist ein sehr entspannter... Gammel-Stream quasi, den wir da machen. Wo wir einfach so... Vor uns hin gammeln. Und das ist sehr schön. Und macht sehr viel Spaß. Wir haben unsere Maps bei Nitrado. Ähm... Hier haben wir uns auch beim Umzug geholfen, weil wir ein paar kleine Lacks hatten. Seit dem Umzug ist das weg. Ist mega cool. Und... Ähm... Das ist quasi so als langwieriges Projekt. Für mich mit Freunden geplant. Lol. Mhm. What are you doing? Ein Teleport soll war sehr kite sein, war aber noch nie da. Ich hab gerade aus dieser Ecomod so einen Tisch gecraftet, mit einem Eimer und so einen Wassertisch. Also wie so ein Waschbecken sieht das aus. Und man braucht keinen... Man muss kein Wasser legen, damit das funktioniert. Ja, wo kommt da wirklich Wasser raus? Ja, wo kommt da wirklich Wasser raus? Da kommt wirklich Wasser raus. Kannst du auch deine Kentin reinlegen. Hahaha. Du kannst ja auch ein Rohr dran anschließen. Praktisch. Bewässert offenbar auch Beete, sagt es. Das klingt sehr gut. Ich muss mich dann eh kurz nachher durch die Modsachen alle durchgucken quasi. Damit ich dann... Ich würde halt wahrscheinlich, wenn ich jetzt zum Bauen anfange, erstmal Working Station bauen, dass wir halt alles dort produzieren können, was wir brauchen. Mit Fabrikator und so weiter. Ähm... Und dann würde ich halt parallel Brotkammer und ge... Also so Pflanzen... Äh... Dings hochziehen. Damit wir die ganzen Eier ausgebrötet bekommen mit Klimaanlagen und parallel Nacko-Berries und Gemüse anbauen, ohne dass wir das die ganze Zeit farmen müssen. Damit wir Kibbel haben. Kibbel, Kibbel, Kibbel! Die Frage ist, wie lange hält denn eigentlich Kibbel? Ja. Ewig. Ewig? Das heißt, das macht Sinn, wenn ich einfach massenweise Kibbel produziere? Ja. Geil, dann habe ich eine Aufgabe für mich gefunden. Du hast aber einen Kühlschrank dafür, oder? Jaja, den haben wir auch schon. Ich muss den nur setzen. Wir haben hier auch schon einen Kühli. Ich nehm... Ich baue dir mal eine Eisbox, wenn du schon irgendwo einen Standort für einen Kühlschrank hast. Ich stelle dir mal eine Eisbox mit daneben. Ich glaube, die lohnen sich. Geil. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das Gemüse rüber bekommen soll, ohne dass mir das auf dem Weg verreckt. Ich glaube... Im Argentavis-Tool hält das doch eh länger, oder? Bitte? Im Argentavis, wenn du es reinziehst mit dem Omnitool, hält das doch eh lange. Hm... Lange ist so... Also... Ja, aber die 5 Minuten hält es durch, dass du es dann hier... Ja... Und den... Tatsächlich Spoiler... Spoilen wir wahrscheinlich auf der Strecke 3 Kartoffeln. Das ist das Problem. Warum hat Middock ne Tech-Rüstung? Weil der den Skin Duffel hat. Ach, den, den von Genesis 2? Okay, wenn der jetzt schon Tech gehabt hätte, wäre ich potenziell angepisst gewesen. Ähm... Ich glaube, im Standard 3 Tage im Inventar und Kühli hält das wirklich ewig was? Kartoffeln? Oder meinst du Kibbel? Ja, Kibbel, Kibbel schon. Also Kibbel hält hier 299 Tage. Oben kannst du Sachen kochen, also Kibbel und Dings, und unten kannst du braten. Und brät wohl schneller als die normalen Sachen. Geil. Kann ich mit nem Agentavis zum Eiferabblatt füllen? Warte, berat' ich... Dann mach' ich der Dings drauf. Kann's auf jeden Fall versuchen. Hast du einen, der schon ein bisschen gelevelt ist? Äh... Jaaaa... Also in Leben oder Melee-Damage? Ich würd' mir halt super gern... Meiner hat 400 Melee-Damage und für 6... Ey, ich kann 5.000 Leben. Aber ja... Ich würd' mir halt super gern so ne Kibbelküche bauen. Mit daneben so Gewächshäusern. Und dann würd' ich einfach das automatisieren und massenweise Kibbel produzieren die ganze Zeit. Mit so nem eigenen Kibbelkühlschrank. Wo dann einfach alle Kibbel rausziehen können, wann auch immer sie brauchen. Damit wir alles mit Kibbel machen. Das wär' der Dream. Das sind die Dinge, von denen ich nachts träume. Bitte? Ich hab' Hans Hül mitgebracht. Weil er das vorhin irgendwann gesagt hätte. Hast du eigentlich die ganze Pumpe der geräumt, oder? Hä? Ich hab'... War mit meinem Petri unterwegs. Ich hab' kein Agentur. Ich hab' dir 100 mitgebracht. Ja. Okay. Das muss erst mal reichen. Wir hatten... Wir hatten Wasser im Haus. Ich hab' die Wasserleit... Entschuldigung. Ich hab' die Wasserleitungen gebaut. Ist sie hier? An der Burg? Nee, ich komm' gleich wieder. Wir haben übrigens drei Greife vor der Haustür. Eine Watt? Drei Greife haben wir vor der Haustür, die dann süß rumfliegen. Ähm, wir hatten einen Bronto, der hier in der Nähe stand und mit dem Schwanz durch das Haus durchgeklippt hat und die Leitungen alle eingerissen hat. Und deswegen die Leitungen nicht mehr mit dem Wasser verbunden sind, leider. Nein, Greifen waren... Doch, waren die Knockout, oder? Ich meine... Was ist mit Greifen? Ja, die waren Knockout. Mann, schwarz mit Greifen. Greifen sind Knockout. Ja, das ist ein ganz normaler Theme, so wie ein Aggie. So, Alpha Raptor Level 15. Wir können auch... Du kannst auch einen von den männlichen Agenturen nehmen und dann töten wir den zusammen. Okay, okay. Haben wir noch Maid boost? Ja. Ja, ich will nur eigentlich die drei Level voll machen, dann kann ich das Beehive bauen. Genau. Dann kann ich das hier schon mal hinstellen, dann haben wir Unik. Aber einer können... Ja, ein Agentur, das könnte auch ein bisschen schwierig sein. Und das zweite wird ziemlich safe kriegen. Hm, hast du irgendwo noch einen Sattel? Ähm... Also ich komm gleich mit Chitin, damit wir noch Sättel bauen können für Agentarwisser. Wie viel hast du dabei? Ich craft auf dem Rückweg gleich noch mehr, aber... Wenn du mir sagst, wie viel ich craften, also besorgen soll, dann besorge ich so viel. Also 150 sind immer ein Sattel. Okay. Das... Wie viele Sättel brauchen wir? Ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Okay. Dann... Wir haben zwei, glaub ich. Jawoll. Daher... Ähm... Wie geht's eigentlich dem Typen, der da rum legt? Ich glaub, der Greif passt auch sehr gut in diesen Taming Cage. Der Greif passt auch sehr gut in diesen Taming Cage. Äh, ne, das ist Fionndur. 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 Kann aber sein, dass der sich oben an der Säule rausbackt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Die sind sehr fin, ne, die Dinger. Also sehr, sehr... Dünny. Wien von euch hat er da vernascht? Dirk. Kannst du Agus mal einlesen? Gut. Ist es der, den ich gerade eingelesen hab? Dann okay. Ich mein, es ist jetzt unser höchster Gewicht-Stat, aber... Der hier, also der 209er? Ist er unter 40 immer noch? Ja, ist 38. Davor hatten wir 36, jetzt haben wir 38. Das ist wieder ein 42er Oxygen-Typ, von daher. Äh, Chitin und wie heißt das andere? Nochmal Keratin oder so, ne? Ja. Ja. Ähm. Okay, ja, ich werd ein bisschen mehr sammeln müssen noch da, aber... Sonst können wir kurz welches holen. Wir brauchen hier nur 40 für den nächsten. Ja, das hab ich auf jeden Fall schon drin. Ähm, aber dann... Lass uns gar nicht ohne essen. Also es passt auch ganz gut, weil ich mach gerade eben schon massenweise Kibbel. Von dem kleinen Kibbel, weil uns sehr viel Gemüse gerade spoilt. Dann hab ich gedacht, verarbeite ich das einfach zu Kibbel. Und... Bring halt von dem weißen Kibbel so 20 Stück mal schon mal mit. Dann hält das. Mach schon weg. Oh, ein schöner Rex. Boah! Upsi. Das war nicht so smart. Ich dachte, du wolltest nicht mehr in Stegos reinfliegen. Ich bin nicht in den Stegos reingeflogen. Achso. Ich mein Hans. Alles gut. Ich hab mich um entschieden. Alles gut. Gibt's ehrlich Spinos auf dieser Map? Ja. Ich hab aber noch keinen gesehen. Mhm. In diversen Teilchen. Ich war noch nie so viel unterwegs. Okay, das sind schon mal 8 Keratin. Zum Anfang. Ganz viele Rexe. Ist das eigentlich mein Pedranat und ich gerade töte? Ja. Ist das egal. Ist egal. Was kriegt denn da vorne Schaden? Wir töten einen Rex gerade. Nee, nee. Das ist nicht. Ist nicht hier, glaube ich. Okay. Wer war das denn? Wer da Schaden bekommen hat? Ich bin mir nicht sicher. Ist das ein Theorie? Im Zweifel war es Karnas. Nee, nee. Das war nicht Karnas. Die Person trägt Kleidung. Hm. Carlo Terenzino. Also entweder Daniel oder Metak, oder? Ach, Beatrice. Also Metak ist bei... Nee, nee. Ich hab Beatrice das Leben gerettet. Ah, wollt sie nochmal umziehen? Ich hab was geiles gefunden. Nein. Oh Gott, du willst hierher ziehen. Du kannst doch da den eigenen Base bauen. Pia, du wolltest immer in Helms Clum wohnen. Gib's zu, du wolltest immer in Helms Clum wohnen. Ich kenn die Map, von der du redest. Boah, ist das schön. Ich kenn die Map, von der du redest, aber... Ja, ich wohne jetzt hier. Wie weit ist das denn weg? Wie weit ist das denn weg? Wie weit ist das denn weg? Ich hab keine Ahnung. Ich bin jetzt... Man nennt mich Durin ab jetzt. Dann würdest du aber in Helms Clum wohnen. Ich wollt grad sagen... Oh, nicht den Helms Clum. Was will ein fucking Zwerg in einem Menschenhaus? Das... das schaut aus wie ein Menschen... wie ein Zwergending und ich wohne jetzt... Hör auf mich so zu triggern, das geht nicht. Aber den Erebor gibts auch, wenn du Durin sein willst. Oh, das ist sogar ein Spino. Hey, ich will hier wohnen. Ja, dann mach das doch, ist doch völlig fein. Das ist super schön. Also ich versuch halt irgendwie einen Ort zu finden, wo halt alle zusammen sein können. Aber es müssen von meiner Seite aus... Ich bin auch entspannt damit, wenn ich wo mit vier Leuten bin und nicht mit 40. Also das ist für mich völlig fein. Ich möchte nur niemanden irgendwo wegschicken. Also haben wir einfach gesagt, wir nehmen die große Main Base, um mal dort eine Basis zu ziehen. Und dann sollen die Leute sich verteilen, wo auch immer sie hinwollen, so. Warum besser? Für sich selber eine Breeding Base oder sowas. Und nicht alles auf einem Haufen ist. Was? Du willst nicht 800 Dinos in dieser kleinen Burg hier haben? Ich will vor allen Dingen noch mehr als ein Frame pro Sekunde haben. Ist nicht. Kriegt jeder nur einen halben Frame. Aber das macht... Dafür ist, glaube ich, die Idee gar nicht so schlecht, dass wir sagen, dass wir unsere... Dass wir quasi die Main Base jetzt dort bauen, weil es halt sehr zentral ist. Und dann... Ne? Weil es halt groß ist und schön zentral ist und so. Also wenn jetzt schon in meinem Stream geklugscheißert wird, was ich völlig fein finde, by the way, also ich möchte daran keine Kritik äußern, dann möchte ich trotzdem einmal anbringen, dass Durin nicht in Moria lebt. Und Moria heißt es quasi erst zu dem Zeitpunkt, als Durin und alles, was da drin war, schon tot war. Es ist... Moria heißt es erst mit dem... Wer heißt der Pister nochmal? Mh, 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 mh. Also solange wir noch nichts gebaut haben... Ach, ich war gemutet. Ich hab... Kasadun, danke schön, heißt es davor. Und erst nach dem Balrog heißt das Moria. So. Mh, mh, mh. Nein, also das ist definitiv äh... Ich würde sagen, das schaut aus wie Helmsklamm. Aber schaut irre gut aus. Alter, Turtle Squad. Das ist einfach... Er triggert mich des Todes. Und ich weiß, dass er es absichtlich macht. Kann man diese Tür aufmachen? Ne. Okay, haben wir inzwischen nirgends Keratin. Ne, aber ich bin auf dem Weg zurück mit mehr. Ich hab auch irgendwie nochmal 50 oder 60 Schittin in der Tasche. Oh, okay. Das war auf jeden Fall genug. Also, Pia... Ja. Es wäre womöglich besser, das kleine Baby irgendwo auf einem Turm oder so zu stellen, weil da unten können noch... ...sachen spawnen, da sind gerade drei Sabertools... ...reingerannt. Oh Gott. Lebt das Baby noch? Es geht ihm gut, es geht ihm gut. Jawoll. Danke für den Hinweis. Ist ja viel zufrieden dabei. Holla. Okay, da muss ich auf alte Weise fahren. Okay. Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass es einfach schon fucking nach 20 Uhr ist. Wo ist die Zeit hin? Ja, Ark gibt und Ark nimmt. Vor allem nimmt Ark sehr viel. Okay, wer hat Schittin verbraucht? Brauchen wir jetzt weniger Schittin und Zunge. Ich hab Schittin in der Tasche gehalten. Schmeiß ich dir da in den Schrank. Du, wir haben auch zwei Stunden gewartet. Gibt's hier eigentlich diese Redwood-Panther-Dinger, die von oben runterhupfen und dich dann töten? Safe. Die gibt's, aber sie hüpfen nicht. Also die hängen nicht an den Bäumen hier. Boah, die hab ich so gehasst. Die besten Kreaturen. Es gibt auf jeden Fall Termiten. Heißen die nicht Palantaleo oder irgendwie sowas? Tylankoleo. Tylankoleo ist auch genannt, aber... Und die, die aus dem Boden kommen, sind die Polovia. Der Server muss da einmal umziehen, Michi. Aber jetzt läuft er. Ich hab einen Sattel, den du Bock hast. Haben wir noch nicht. Machen wir noch. Machen wir noch. Okay, welchen wollen wir nicht umbringen? Also ich werde in den einfach... Entweder leben oder Midi-Damage reinballern. Soll ich... Willst du dann... Dann kriegst du Anon, glaub ich. Ich möchte einen Weihwand für das Hin- und Herfliegen haben. Ja, das ist... Kannst du ihn mit hochbringen dann? Ich weiß nicht, ich könnte ihn mit hochpfeifen. Was du eigentlich möchtest, ist ein Teleporter. Äh, wir sind bei Nitrado immer noch, aber Nitrado hat uns auf einen anderen Server verschoben. Ein paar Tage. Damit unser Server weniger Probleme macht. Und das hat sehr gut funktioniert. Das hat sehr lange gebraucht. Weil die Server sehr lange zum Reihen angeboten haben. Ich glaub, ich hab sie aus meinem Kopf gelandet. Aber jetzt läuft das ja sehr, sehr smooth. Ich hab gerade vom Himmel gefallen. Ach, sorry. Wir holen heute noch Fledermäuse auf jeden Fall. Und morgen würd ich gern Rock-Drags. So Marker auf der Map bekommt man durch ein Addon oder wenn man sich ein Gerät baut dafür? Den bekommt man, wenn Pierre das eingestellt hätte, aber wir haben keinen Map-Mapper. Ich hab den eingestellt. Ich hab den eingestellt. Aber er geht immer noch nicht. Aber er geht immer noch nicht. Ich muss den Haken, glaub ich, nochmal neu setzen. Aber mach ich auf jeden Fall. Also den Marker kriegen wir. Mit dem bin ich fein. So. Ich find's ganz lustig, mich zu haben. Ich feier's übel, aber ich bin ja nicht die Einzige, die hier spielt. Und das mit dem Marker hab ich ja schon öfter jetzt gehört, dass die Leute das gern hätten. Ich muss ja auch ein bisschen, ein bisschen was muss ich ja auch geben, wenn ich den Leuten Dinge nur wegnehme die ganze Zeit. Du nimmst OJ-Sachen weg, das ist nicht so schlimm. Okay. Irgendwo da vorne. Also ich hab auch theoretisch gesehen, braucht ihr noch ein Ovis? Immer. Kannst du einfach hier in die Base reinschmeißen, dann läuft das hier ein bisschen rum, wenn jemand da ist. Ich bring mal hier eins mit. Herr Raptor, Herr Raptor, wo sind sie hin? Ich hab ihn. Unten. Ah, ist das der 15er? Jetzt schauen. 20. Das einzige Problem ist, ich kann halt keinen Chitin farmen jetzt, wo ich das oberste mit habe. Ja, das ist aber fein. Ah. Ach, hier sind Skorpione. Lass dich mal in die Schlag rutschen. Das ist ja praktisch. Alter, ich krieg dir gar keinen Schaden. Krass. Hinter dir gehören. Holy shit. Die müssen, die sollten wir töten. Aha. Da ist ja erst priorisieren den. Macht ihr da unten, Alpha Raptor? Wir versuchen uns dran, ja. Holy shit, steckt der Bleed Buff. Ja, ja, der tut richtig weh, deswegen die Viecher sind so klein. Der ist tot. Kannst du noch ständig ein bisschen Laiche fressen, wenn du willst? Ja, und guck dir in den Rucksack. Oh, jetzt hab ich vergessen, sorry. Aber ich denk wieder. Der Weltenbomb? Ja, lass mich mal finishen. Der ist fast tot. Nee, nee, der Weltenbomb ist nur... Ja, der ist... Ja, der ist... Also... Drei Hits oder so noch. Okay. Wer kommt da? Wenn ich ihn hitten dürfte? Ja. Hallo! Mit einem... Was machen wir da jetzt? Da müssen wir auch her. Das hab ich so wenig leben. Hä? Weißt du, wo du die Küche hinhaben willst, Pier? Boah, ich... Ich hab... Ich weiß noch nicht so genau. Also... Also... Agentavis hat 10 Level bekommen. Naja, ich zeig dir mal was. Man kann's ja alles wieder aufheben, ne? Ich bin fast jetzt voll mit dem Level. Ich schmeiß nur ganz schnell die Viecher zuher, damit die ihre Cryer Sickness verlieren. Komm, wir bringen... Palmi zurück. Ach, guck mal, das brauch ich gar nicht auf ne Foundation stellen wie Praxion Station. Hast du auch ein bisschen gefressen, oder nicht? Ich hab Runestones bekommen. Was sind denn Runestones? So, ich bin da. Genau, das sind die, die du brauchst, um die Bosse zu beschwören. Die Mini-Bosse. Wo ist denn mein Mini-Schmein? Das hier... Ich glaub, das steht da hinten. Ich hab ganz viel Fleisch reingestoppt. Geil. Ich glaub, das ging also... Das ist ne Küche. Das ist quasi ein Fleischbräter, der ein bisschen schneller brät als so ein normales Lagerfeuer. Und das, was ich jetzt da drauf stelle, ist ein Kochtopf, in dem kannst du Kibbel machen. Gott. Also, unten reingeguckt ist quasi Braten, oben ist Kochen. Das ist ja übel, praktisch. Und das hier... Das ist ein Vogel. ...ist ein kleiner Eimer, auf den ich jetzt einen Tisch platziere und jetzt hast du hier Wasser. Schluse. Und das hier... ...ist eine Eisbox, die auch als Kühlschrank dient, in der alles noch mal ein bisschen länger hält. Schluse, nimm mal das Prime-Eat bitte aus meinem Vieh raus und mach damit irgendwas. Ich weiß nämlich nicht, was ihr damit machen wollt. Ob ihr da noch weiter tamen wollt oder ob ihr das braten wollt. Wo ist denn jetzt der Vogel, mit dem ich unterwegs war? Ich weiß es nicht. War das Agatha, mit der ich unterwegs war? Also, Arnon ist es nicht. Doch, da ja. Ich hab nämlich das Blut quasi hier. Ähm... Die Frage ist halt, wenn Kanes und Frosty ganz woanders spielen, macht das nicht Sinn, wenn die sich einen eigenen Tribe aufmachen? Also, ist... Wenn sie da Friendly Fire an ist, können sie sich auch gegenseitig umbringen? Also... Ich frag nur. Also, mir persönlich ist es egal. Ich seh nur die ganze Zeit oben, dass Kanes stirbt. Und jedes Mal denk ich mir, scheiße, ach so, jetzt ist es ja Kanes. Ja, ich bin jedes Mal am überlegen, wer gerade sterben konnte. Aber Kanes stirbt halt die ganze Zeit. Es ist halt... Ich weiß mal, das rohe Fleisch ist nicht weg. Also, ich hab's jetzt eingesammelt, weil, äh... Ich glaube, mit Rom Fleisch ging nicht. Nein, das hat ja gar nichts damit zu tun, dass ich Kanes nicht mag. Um Gottes Willen. Aber 90% der Todesnachrichten kommen von Kanes heute. Das hier ist die Mixing Bowl, die ich hier vor den kleinen Crafting Table gemacht hab und... Ich geh mal ganz kurz Pipi machen. Du kannst aus rohem Fleisch, yes, rohes Fleisch, kannst du Bacon herstellen und aus Bacon kannst du Crispy Bacon machen. Und ein Stack Crispy Bacon hält relativ lang. Also, und macht dich auch relativ satt. Ah, okay. Du kannst ja nicht fliegen, oder? Du kannst es bis fliegen, oder? Du kannst auch Burned Bacon herstellen. Nee. Ja. Aber, also, man muss es halt nicht erst braten. Das... Ach du Scheiße. Also, das heißt quasi einfach... Einfach Food. Für Ewigkeiten. Okay. Hätte die Daini-Eier. So. So, nächster Alpharaptor. Wir können gerne weitermachen. Du musst so healen. Mh, meiner hat 1000 Leben verloren. Der hat mehr durch den Daini verloren. Und wenn ich irgendwas fresse auf dem Weg oder bei dem Fight... Ja. Ah, meiner hat mir empfehlen 600. Aber ich hab auch schon irgendwas gefressen. Ähm. Irgendwo hier hinten war noch ein Raptor. Wo bist du denn hingeflogen? Ich schau grad, ob ich irgendwie einen Alpharaptor finde. Wenn ja, komm ich zurück. Dann schneck ich mir einfach irgendwas jetzt. Unten. Ja. Ja, ich mein, Rexe bringen ja auch echt ganz gut XP. Zum Beispiel. Kann ich Rexe auch genauso facetaken wie den Alpharaptor? Ja, kannst du actually. Du musst vielleicht zwischendrin dann heilen, aber... Angst. Wie sehr hängt sie an diesen einen Petri, den ich grad flieg? Wessen Petri ist das? Er heißt Aerotactyl. Ich hab keine Ahnung, wem der ist. Der gehört Holla. Sehr, weil Holla ist nicht da. Schade, dann flieg ich nicht in den Vulkan rein. Aber warum tamest du dich nicht? Du hast doch vorhin selber einen 130er tamen wollen, oder nicht? Ja, ich wollte und dann hat's geheißen, wir schauen uns das dann noch an, weil wir umziehen. Ist... Okay, hier ist ein Kano, ein Alphar Kano. Ja, Kano ist ne Kacke, die kriegen wir auch down. Der ist Level 50. Da bin ich wieder ein bisschen Daniel, ich bin verschenkt. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist doch richtig schön XP. Danke, danke. Ähm... Niki? Fledermäuse? Kann man machen. Ich würde das super gern heute noch im Stream machen, damit der Chat das sieht. Okay. Wir brauchen nur irgendwas, um die anderen zu töten. Und Schluse meinte mit der Netgun die, den wir tamen wollen... Ja, ein Diesel. ...einfangen. Und dann... Ich weiß nicht, ob der Rex in die Höhle reinpasst. Ich glaub nicht, das Loch da rein war sehr klein. Wir schaffen's mit Cryoport halt, ne? Mit Cryoport, ja. Die Frage ist, schafft unser Ed das? Ja... Ja... Weiß ich nicht, wie viel Schaden die machen. Und alternativ Steven. Schau, anders aus wie der Karnes. Das mein ich. Das ist nicht böse gemeint, aber... Lass mich mal gucken. Wer ist denn so gestorben in letzter Zeit? Das rohe Filet, was ihr da drinnen habt, ist das reserviert, oder dürfte ich mal da 5 nehmen für den Pietri? Darfst du dir was nehmen? Äh, darfst du dir was nehmen. Dann such ich mir einen und zieh mir jetzt einen. Karnes. 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 Oh, Jonas. Jonas? Karnes. 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 Da ist dazwischen noch mal Jonas, aber... Holla. Holla stirbt auch oft. Aber da war Karnes noch nicht live. Also Karnes kam irgendwo... ...hier online. Und seitdem... Karnes. 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 Hast du Madoc schon mitgemacht? Karnes. Madoc ist schon da, ja. Hast du den kleinen Hund? Ja. Nice. Der müsste irgendwo noch pennen. Der sollte... Glaub ich... Ne, der ist da. Einmal gestreichelt. Was kann ich machen, Karnes? Also Schuße, wie likely ist es, wenn wir so einen Andrew mitnehmen, dass der stirbt? Bei dem Vorhaben. Kann ich dir nicht genau sagen. Das ist schon sehr likely. Glaubst du? Also wenn man es nicht weiß, es muss noch rausgehen, dass es stirbt. Warum ist denn hier die Tür offen? Wahrscheinlich sind deswegen die Viecher reingekommen. Nein, nein. Ich habe die vor zwei Sekunden aufgemacht. Ja. Weil ich mit dem Agent davor gelandet bin. Ja. Hast du Skate Points, die Harpune und den Netthrower zu lernen? Ich kann das bestimmt machen. Ich glaube, ich habe schon lange nichts mehr gelernt. Harpunenschleuder. Ja. Harpunenschleuder und... Ich kann es schon lernen. Ähm... Je nachdem... Ich habe auch noch genug Punkte, wenn ihr... Also... Es wäre super, weil dann kann ich mehr in Bauen investieren. Ich kann es auch machen. Nein, ich nehme die doch nicht deswegen aus dem Clan. Alles gut. Alles, alles easy kann es. Alles fein. Und wo ist der Fabricator und der Generator? Die sind noch nicht aufgestellt. Die sind da, aber die stehen noch nicht. Ja, ich meine, wo liegen die? In den... Hier, in der Ecke hier habe ich... Unten oder oben? Unten. Okay. Die Sache ist halt, also... Es gibt halt für mich zwei Möglichkeiten. Entweder ich fange einfach an, massiv zu eskalieren. Oder ich warte und bespreche mit anderen Leuten, wo die Leute Dinge haben wollen. Nein. Und momentan warte ich noch, weil ich nicht weiß, wie viele andere Leute auch bauen wollen und ich nicht alles an mich reißen möchte. Also ich sag mal so, ich würde einfach Fabricator und Generator oben auf die Mauer stellen. Dann kannst du hier unten so viel eskalieren, wie du willst. Also das Gebiet ist schon groß, muss man sagen. Also im Grunde, wir haben nur eine Ecke gebraucht, um sozusagen alle Crafting Tables und sowas hinzustellen und hinterher halt auch so das Lager. Da waren wir eigentlich nur in der gegenüberliegenden Ecke von hier oben aus gesehen, vom Terminkage aus. Ja. Und der Rest war... Da standen überall unsere Dinos irgendwie verstreut am Rand. Also eigentlich, man braucht nicht so ewig viel Platz, wenn sich nicht jeder sein privates Zimmer bauen will. Das heißt, also du kannst hier bestimmt auch fünf Ecken, um deine Viecher zu breeden, hinpacken. Wobei es E... Gerade mit den Cliff-Plattformen oder nicht? Wenn... Also ich würde sagen, Futtertrog und sobald wir einen Maring haben, in die Mitte und dann kann jeder das da hinstellen, sozusagen, was er großziehen möchte, in die Mitte. Mhm. Die Frage ist... Und dann kann man halt einmal drum rum sich sein Plätzchen bauen, wo man da seine Dinos sammelt, die Stats, gute Stats haben. Die Frage ist, wollen wir dann... Also brauchen wir dann überhaupt diese Riesenburg oder gibt es nicht eine kleinere, die entspannter ist? Also, so viele wie wir sind, kriegen wir die Burg bestimmt auch voll. Wir waren jetzt nur zu dritt und haben die... Aber also man braucht ja trotzdem alles nur einmal im Grunde. Eine Werkbank, einen Fabricator, ein... Blablabla. Ja. Eine Stein-Plattform. Also... Sofällig. Ich glaube... Bei... 20 Leuten... Macht das aber Sinn, zwei Werkstätten zu haben. Ja. Weil du sonst einfach konstant irgendwo Stau hast und oder... Wo ist das? Aber ich hab da grad was reingezogen. Wer hat das grad rausgepullt? Ich sag mal, Fabricator braucht man aber nicht so viel. Da reicht wahrscheinlich einer, aber Smithies kann man ja auch einfach so... Fabricator vielleicht noch, aber... Fabricator ist ja auch schnell gebaut. Ja. Wenn wir übermorgen Bosse machen, dann haben wir eh einen Tech-Replicator. Wir machen immer morgen Bosse. Spätestens. Hm? Übermorgen Bosse, okay. Nein, warte, übermorgen bist du... Übermorgen bist du nicht da, oder, Pia, den Tagsüber? Dann bin ich erst am Abend da, ja. Ja. Das heißt, wir müssen ein bisschen arm-ready sein, okay. Okay. Also ich, ich... Ja, mal schauen. Ich weiß nicht, Gigas sind... Also außer... Ich weiß nicht, mit was wir anfangen wollen halt. Also wir werden ja nicht mit dem... Ja, aber Fledermaus ist Flyer... Obwohl, ist Fledermaus Flyer? Ja, oder? Als die Map ganz, ganz neu war... Konnte man mit einem Mate Boosted Fledermaus ein paar Gigas töten. Haben sie aber inzwischen ein bisschen reguliert. Ja, aber... Kann man Fledermäuse in Boss-Arenen porten? Oder 10 DS Flyer und deswegen kann man sie nicht porten? Hm... Weiß ich gar nicht. Haben wir nicht ausprobiert, wir hatten direkt Gigas. Ich glaube, das war der zweite Dino, den wir gedamed haben gefühlt. Aber... Bei Gigas kann man auch nicht. In Boss-Arenen, oder? Achso, für die Mini-Bosse, äh... Ja. Das sind quasi so Höhlen und Plätze und so, wo du diesmal... Okay. Okay, dann... Na, well meint. Kann man das ja auch in Fledermäuse machen, oder nicht? Mit Sicherheit, aber... Da würde ich jetzt nicht dein erstes Fledermaus-Paar für benutzen, sondern da würde ich vielleicht schon mal einmal alle vier guten Werte zusammengezogen haben, bevor ich das probiere. Ah, und Maid-Boost. Und... äh... Imprint. Dann... Dann ist das fein. So. Ich glaube, das hier oben ist meine Ecke. Ich werde schon so viel hingestellt... Ah, hier... Wo der Taming-Cage für den Agent steht. Auf jeden Fall. Also, ich... Ich würde gerne irgendwo den Fabricator hinstellen. Sollen wir den oben auf die Mauer stellen, oder sollen wir den unten irgendwo hinstellen? Erstmal. Hm. Mir ist eigentlich egal. Ups, 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 ups. Kannst du mir jemand von euch bitte einen Petri-Sattel bauen, das wir unliebten... Das ist, wenn wir das hier so an die Treppe stellen alles, äh, das ist relativ mittig und gerade. Können wir machen. Äh, in der anderen Base liegt noch ein Petri-Sattel, wenn du... Ja, die andere Base ist ziemlich weit weg. Ich habe einen 145er nämlich da gerade jetzt. Aber ist das schon getamed? Gleich. Zehn Minuten. Also, ich habe hier noch 96 Chitin mitgebracht. Ich habe das in die Werkbank gezogen. Ich kann nur keinen Petri-Sattel. Naja. Schau mal, Herr Kleiner Stego, mach mal die Büsche da weg. Can we craften? Wie farmt der denn... Sachen? Äh, du musst auf die richtige Stance gehen. Ah, auf eine C. Kannst mit C die Stance, also die Schuppen ändern. Und dann Rechtsklick? Oder was? Linksklick, dann einfach zuschlagen. Also... Du brauchst für Bären die... Die... Schafe... Also, das ist so ein rotes Zeichen. Ein Schwert, glaube ich, für Bären. Okay. Also. Vampir-Scheiße. Mhm, dafür brauchen wir... Hapune. Die müssen wir uns Schlöße einmal bauen, bitte. Mhm, und dafür brauchen wir... Müssen wir den Fabricator irgendwo hinstellen. Ah, das... Daher... Ach so, ja, stell den hier... Stell den hier an die... Vor die Treppe würde ich das packen. Oder hier einfach in die Ecke, wo wir gerade hier sind. Ja, das ist ja nahe der Ecke, in der ihr seid. Aber damit's ordentlich wird, weißt du. Ja, das wird hier 30.000 Mal noch umgestellt. Also ich werde wahrscheinlich eh die halbe Nacht heute farmen und planen und bauen. Ähm... Ja. Also ich würde das hier so vor die Treppe stellen. Also das mache ich super, super gerne. Ähm... Ich würde nur gerne quasi wie Vampir-Fledern... Die Maus würde ich gerne einmal noch im Stream holen. Damit quasi der Stream-Owner was cooles sieht. Und dann würde ich für heute wahrscheinlich danach den Stream ausmachen. Ähm... Und dann halt für mich noch so ein bisschen farmen und planen und bauen. In die Nacht hinein. Hab ich den Fabricator mitgenommen? Ich hab den Fabricator nicht mitgenommen. Ich bin ein Genie. Ich bin der Fabricator. genau auch die Petri und dann war es für mich heute. Ich bin total erledigt. Ja, das ist gut. Mhhhh! Mein Gemüsekuchen? Ich hoffe, der überlebt. Ähm. nicht hier aber gut mal das für mein herzustellen an den gemüsekuchen habe ich leider nicht gedacht auch noch eine foundation für den generator meinst du ach du reißt jetzt schon die bäume alle hier ab in der ecke warum das darf ich vermutlich vergessen das nicht tun oder so an eine einigung hat gebeten oder gefragt ob wir die hübsch sind dass wir dann drum herum bauen damit wir einen schönen garten auch drin haben die kommen ja wieder je nachdem wie viel dazu warst du eine zugebaut hast ja das spiel genau da wollte ich die foundation hinhaben in den fabricator rein ich habe es genau gesehen dass du das so wolltest wieso johann kann der generator ohne outlet strom übertragen oder muss ich jetzt erst ein benzin in den reinlegen und das müsste doch so ach du hast kein outlet daran habe ich nicht gedacht das mitzubringen holler ist noch in der alten base drüben oder ja dann bringe ich ja nachher noch den den petri zurück ihre ähm otter habe ich auch noch dort gelassen ich wollte ihn nicht ohne jahr haben wir noch mal hergegangen da muss ich mich nicht aber wir haben ja ein eigenthal was die haponschleuder da drin ich kann ich die im inventar kaufen die netzprojekte steht food required to eat 300 da muss er sich 300 runter hungern dass ich ihn das ding reingibt dass er gezähmt ist gell ich glaube für die haponschleuder auch in der werkbank was steht wo im dododex steht drinnen er braucht 300 essen food required to eat beim zähmen das heißt nur dass er bei 300 wenn er 300 hungrig hat dass er erst dann quasi zum fressen anfängt wenn ich das richtig verstanden habe dass so viel braucht er damit er gezähmt ist oder in boah weiß ich nicht könnte schon ist das insgesamt oder ist das bis das erste mal frisst boah was überlegen von von welchem dino also bei einem peteranodon 300 bedeutet dass ein 300er schritten frisst normalerweise also immer wenn er 300 hungrig ist und nimmt ein fleisch außer ich laber gerade komplette scheiße dann korrigiert mich bitte ich nicht kommt auf das essen an also normales fleisch gibt ja 50 hunger bei mit nämlich das gibt auch 50 oder genau ja dann muss er nur seht genau da muss er sich 300 runterfungern damit das kann sein ja die an die anders ausrechnen kannst du dir über die überlegung quasi wenn du er müsste es muss doch drin stehen wie viel war prime das braucht man kann es umrechnen quasi ja so bewusstlos ist er noch genug das geht sich alles aus das heißt das müssten er müsste sechs war primate brauchen genau ich brauche poly mehr und eine menge faser immer schön wenn jemand bereits an tag zwei dafür gesorgt hat dass jemand angst hat dessen sachen anzufassen naja was heißt angst es geht eher darum dass da sehr viel verzweiflung einfach war auf von hollers perspektive heraus ist es so schwierig auch dazu zu kriegen ja ja für holler ja für holler ja ist es generell so schwierig lass uns drüber streiten sagen wir es ist übungssache und holler hat noch nicht so viel übung und schon verhältnismäßig viel frust kann ich verstehen ich finde die auto auch stellenweise schwierig zum kriegen ja es ist halt was soll ich sagen sie macht manche dinge nicht die ihr leben erleichtern würden zum beispiel form zähmen losgehen alles mitnehmen was man braucht zum beispiel ein bett stellen da wo man einen otter zähmt damit man dort wieder respawnen kann oder zwei betten also dass das ist so ein bisschen diese problematik das zeit ist bisher schwer wenn du einfach nur hingehst und ich nicht vorbereitet wenn du die stunde investiert um dir deine provisorische holzbase hinzustellen mit einem lagerfeuer und vier betten und einem schrank dann ist halt übel entspannt so aber das ist ja bei arg immer das so ist ein agentar was farmen oder zähmen schwer naja kommt drauf an wenn du dir ein theming cage baust das ist halt nicht mehr so schwer wie wenn du es ohne machst so und dann gibt es halt leute die bauen einen und dann gibt's holler aber das ist ja okay also das ist ja weil ich weine irgendwann wird sie es entweder machen oder sie wird otter hassen wenn wir bitte auch ein karnes stirbt on stream und pia schaut was gestorben ist counter machen sehr gerne wir können auch wetten abschließen jeden tag wenn wir quasi an uns einloggen können wir der wette abschließen wie oft wird karnes heute sterben oder jedes mal schon wenn kann das ich würde gerne auch noch akt spielen muss morgen noch arbeiten danke schön nur drei monate jetzt viel spaß hier weiterhin vielen lieben in einem vogel das fleisch genauso schnell wie im kühlschrank oder in dem kühlschrank ist ein bisschen besser aber vogel ist besser als bei dir im inventar also das wäre krass wenn vogel gleich gut wäre wie ein kühlschrank also aber es ist auf jeden fall ja ich muss das raw prime mit rüberkriegen den flug deswegen wichtig wäre dass du auch anderes fleisch in den vogel reinpackt weil er sonst wenn er hungrig ist ein raw prime mit aus seinem eigenen inventar ausfrisst bist du hungrig petri so also der fabricator ist gepowert dann brauchen wir jetzt nur noch unsere hapune schluse hapunenmeisterin die hapune ist schon fertig ich brauchte aber also ich bin gerade dabei mit der sichel fasern zu sammeln für die netzprojektile hast du polymeer aber auch das auch noch polymeer sollte ich noch haben also habe ich mitgebracht mit dem vogel sollte noch ein bisschen was da sein wenn ich genug ist fliege ich noch mal los und geh pinguine tütten ich guck mal kurz ob ich genügend habe um einen kühlschrank herzustellen weil dann können wir hier auch schon mal kühlschrank hier sind zwei ich habe jetzt zwei netzprojektile gecraftet und jetzt merken theoretisch brauchen wir eins oder wenn du triffst ja hier bist du schießen ja kriegen wir hin wo muss denn das polymeer rein einfach irgendwo ziehen kann ich habe zwei in den fabricator gepasst wie viel brauchst du denn zwei oder zwei stacks das ist ein großer unterschied ich brauche noch zwei zusätzliche themen die da ich muss erst mal kurz was essen und sterbe ich ich gehe pinguine töten ja ich habe zwei projektile habe ich also zwei ach so ja dann brauchen wir keine dann ist nur noch die frage was wir mit reinnehmen also womit wir hinfliegen also hier im fall ist ja gerade genau hinfliegen ist ja egal wir nehmen dann einfach irgendwas alles in die in dein vogel ups die sache ist in sechs jemals nicht reiten noch ein petri sattel vorher bitte bevor ich kann ihn nicht bauen ja ja ich habe das in der garte reingeschmissen die ja perfekt und die netz und wie hier aber müsstest du nicht selber schon bauen können erst level 38 kannst du den nikki ja ja auch nur irgendeine crafting station wo ich den bauen können müsstest du denn nicht im sattel von hier oben bei mir das ist auch bauen können das ist sehr sehr smart bier aber ich bin jetzt hochgelaufen zu smithi ja ich vergesse das auch noch mal dass wir auf der weg und dankeschön warte die sind im inventar nevermind und es fehlen 93 fasern äh warte 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 ich schmeiß welche in den schrank ich habe über 1000 fasern in der tasche vielleicht auch über 3000 so okay perfekt jetzt kannst du ziehen es liegt oben in der smithi ich bin gar nicht ready dafür dass wir das jetzt machen gehen okay was nehmen wir mit nehmen wir einfach steven mit stellen wir einfach ganz plump steven da rein ihr könntet madoc mitnehmen und der sagt euch wie das geht was ihr zu tun habt ich will es auch probieren das blut hast du das blut habe ich also das blut ist hier im kühlschrank das heißt du darfst sich greben lassen und ich darf steven reiten ich lasse mich greben du reitest steven okay dann lasse ich alles da was irgendwie an wert ist ja du solltest ein bisschen fleisch auf jeden fall mit habe ich dann pack ich die wofür haben wir die cryopods mit um eure flyer da rein zu packen damit die nicht angegriffen werden damit nicht andere sachen aggro ziehen okay dann nehme ich den schrank mit und dann stellen wir unsere cryopods in den schrank unsere für den kühlschrank hier schon näher war so eine eisbox neben der pits so ist da noch ein krepp für mich drin haben wir irgendwo noch ein krepp ich habe zwei eingepackt müssten doch reichen zwei oder also lauren wenn du fragen musst ob du das wissen hier teilen darfst oder nicht dann ist das weißen nein also netzprojektile hast du jetzt ja es auch schon ausgerüstet in welches stanz muss ich gehen dass ich nicht runtergegrappt werde von steven die defensive vermutlich die steven stanz die einfach davon aus sind die defensive wo die platten ganz unten sind dann lass es mich anders sagen lauren wenn du ganz normal über das spiel einfach so redest ist das allgemein kein stress bitte bedenke dass ich auf dieser map seit zwei tagen spiele und ich möchte einfach nicht über diese map und ihre inhalte gespoilert werden das ist das also wenn das irgendwas ist was nicht spezifisch mit dieser map neu dazu gekommen ist dass die wahrscheinlich der kite dass ich es kenne oder schon kannte eh sehr hoch aber alles was mit dieser map zu tun hat möchte ich halt einfach selber erst mal entdecken steven wird sowas von drauf gehen nein steven braucht vor allem mehr platz weil er echt fett ist ich habe nicht dreimal werfen müssen ich kann ja hier die kiste gar nicht hinpacken weil wir ja keine foundation hier haben kleine kisten brauchen keine foundations ja aber ich habe einen schrank mitgenommen das ist natürlich schwierig du hast gesagt steven stirbt nicht deswegen kannst du auch einfach in steven reinpacken steven stirbt nicht jawohl den muss ich auch eigentlich auch in die schnauze hauen weil er mir irgendwelche rezepte in meinen schrank legt pardon damage okay also okay wollen wir uns in einen eigenen room kurz setzen nikki können wir machen wollen wir uns anzuschreien dort sehr schön irgendwie okay ähm das heißt ich habe erstmal durst das fängt ja gut an kann ich ja einfach trinken bitte bitte lass mich trinken ich bin doch im wasser okay also ähm ich muss den den wir haben wollen treffen und die anderen töten wir ich habe nichts zum kämpfen mit doch eine pike ich habe mitgedacht gut du suchst dir einen aus den du schön findest sagst mir kurz vorher bescheid bevor du auf dem schießt am besten was ich nicht irgendwo positionieren kann okay es sind äh vier das ist ein 95er ein 55er ein 90er und ein 20er ich hätte gesagt wir versuchen den 95er zu holen ich weiß halt nicht ob wir dafür genügend blut haben ja ich habe geguckt ha die sind die haben angro gezogen auf mich ich habe irgendeinen erwischt keine ahnung welchen also irgendeiner saugt auch schon an mir und ich achso das ist der 20er den will ich nicht dass er an mir saugt ich gehe hier mal raus ein paar meter au 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 weißt du was wir auch hätten machen können betten bauen haben wir uns nicht vorher noch über hollo lustig gemacht ja sehr gut aber einer müsste habe ich überhaupt einen getroffen also ich habe einen getroffen aber ich weiß nicht wo der ist ist einer noch bei dir ne vorne irgendwo weil ich habe nur drei bei mir ja dann ist perfekt dann habe ich einen getroffen hoffe ich ich kann halt nicht weiter rein weil ich sehr low bin gerade der 20er ist tot ja also worst case ist ja niemand gestorben und dann warten wir bis sie respawn wenn es schief gehen sollte aber dann wissen wir auch dass Steven das ab kann ja Steven ist easy und wenn du drauf sitzt also die versuchen dich ja zu zu grabben zu grabben oh ich habe einen jetzt der fast kannst ich kann mich hinstellen und ziehen lassen so und jetzt musst du auch von anzugreifen ne genau jetzt sollte er versuchen dich irgendwie zu grabben wenn er von mir der hat halt ein bisschen Schaden bekommen also egal das ist ja first time die Frage ist wenn ich den bisschen provoziert bekomme mach 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 lass uns den doch einfach mal wenn du noch ein Netz hast dann schieß den am besten mit dem Netz ja plopp jetzt sieht er aus wie so eine Flumba warte mal dann bleib mal stehen ganz kurz dann schiebe ich dir die Waffe rein dann verlieren wir die nicht ok dann gehe ich jetzt einfach mal zurück und du kannst das Netz entfernen ich kann das nicht bist du weiter draußen ich warte noch ein bisschen ich versuche weiter rauszukommen das ist sehr schwer ein Steco rückwärts zu manövrieren es ist halt ein 55er jetzt aber ist ja egal ich hab einen getroffen ne aber ich weiß nicht welchen es war halt super ärgerlich ich dachte nicht dass die Range so weit ist ich hätte reinschleichen sollen dann wäre das leichter gewesen so wie entferne ich dieses Netz wenn es wie bei der Bola ist eh gedrückt halten und dann remove ja das versuche ich wenn nicht warten wir einfach kurz kann man das entfernen also ich sitze jetzt auf ihm drauf ich sitze in ihm drin ich kann mich nicht mehr bewegen ich ok oh so er hat mich genommen dann jetzt dich einfach mal aussaugen lassen ich lass mich aussaugen er hat 6 Blutinfusionen intus 8 10 nach 10 schmeißt er dich glaube ich weg ja hat er ich bleib hier komm mal mit kleiner Mann komm gehen wir wieder rein in die Höhle ja geh nicht zu weit da könnte noch anderer Kram kommen und er könnte es sein dass er dich umbringt er bringt mich um lauf zu mir wenn es geht wir haben keine Betten wir haben keine Betten mitgenommen das war nicht so smart aber hier in der Nähe ist dein Bett das war sehr unsmart von mir auch gerade bist du reingegangen gerade bin ich reingegangen aber ich bin abgestiegen das ist nicht so gut aber ich bin wieder auf Steven alles gut ok Steven darf noch nicht angreifen aber das kriegen wir hin also das ist nicht so schlimm wie ich es mir vorgestellt habe ich muss nur ganz kurz gucken ja das Problem ist du hattest alles warte kann ich ich klau mir da ganz kurz ein Bett das ist so viel ja das ist genau die Vorbereitung über die ich vorhin gesprochen habe also das ist literally genau das ich bin gerade in einem fremden Bett gespawnt ich tausche nachher gegen Essen oh Gott ich bin irgendwo im Redwood ich werde gerade rausgedrückt aus der Höhle Steven hat nicht durchgepasst aber die Flederung schafft es mich rauszudrücken ok ich habe leider keine Ahnung wo ich da gerade bin wie konnte ich nicht an Betten denken wenn ich es sogar voll noch aufgezählt habe ey das ist echt dumm dass ich nicht an Betten gedacht habe das ist da könnte ich mir echt den Arsch beißen ja und wir sollten die Hälfte von dem Blut also wir sollten beide die Hälfte haben ja aber ich dachte dass der in einem in einem Anlauf zieht ich wusste nicht dass der nach 10 ähm abwirft ja er wirft nach 10 ab aber er ist auch 50 also 44 48 so aber das ist also ich meine das was ich nicht wusste ist dass die Agro so früh davon geht weil letztes Mal hatte ich mir eingebildet war ich länger drinnen ähm und hatte keine Agro gezogen gehabt deswegen ich bin halt irgendwo ne das ist halt ich glaube es ist wahrscheinlich leichter wenn ich nochmal in der in der Burg dort bei uns spawne und rüber fliege doch ist alles fein also solltest auch mit dem Tracker mich finden können wenn du irgendwo in der Nähe gespawnt bist ah stimmt ich kann ja auch einfach ich vergesse das die ganze Zeit ich muss ja eigentlich nur auf was ist das ist das ne das ist kein Lystosaurus das Modulus das Modulus so dann müsste mir der ja ich bin da ich bin 500 Meter entfernt ich bin gleich da außer irgendwas tötet mich hier auf dem Weg aber sieht gut aus ich hab doch recht viel Tempo ja ich weiß noch nicht wie du hier gut reinkommen sollst aber ich mach das lass das mein Problem sein du musst an also ich bin halt im Höheneingang gerade ach so du lässt der lässt dich nicht vorbei quasi okay oh au was greift mich da an oh da ist ein Terrorbird ein Terrorbird ich bin nicht schneller als das Terrorbird scheiße äh ich spawn in der Burg und flieg nochmal rüber ja ich kann ja einfach ich hab ja nicht das ganze Blut mitgenommen das wir haben doch hab ich wenn du den okay ist schade aber ich kann ja einfach mir noch eine Flasche ziehen so oder also wenn du 10 Blut schaffst zu bekommen ja ich hab halt nichts hier um zu ziehen glaube ich wie hieß denn das Ding nochmal Infusionsding ne Blut Transformator jawohl ich hol mal eben nochmal 10 Blut bevor ich da bin ich weiß halt nicht ob Wondertaming Progress verliert ich beeil mich das reicht ja wahrscheinlich sogar schon wenn ich einfach 4 hab Hauptsache ich komm wieder rein ne oder gib's dir und du lässt dich reinziehen ja ich bin gleich da I I speed ich frag Schlusse ob sie mich einmal rüberfliegen kann Moment Schlusse kann ich machen Dankeschön ich hab mich nur einmal mit Bluttransfusionen getötet damit wir ein bisschen mehr Blut nochmal mitnehmen wir haben ich hab nicht wir haben nicht ganz so smart mitgedacht ich hab auch nicht ganz so smart mitgedacht merke ich gerade wieso ich hab meinen Terranodon ein bisschen blöd abgestellt Ups ich hab mich da gerade runtergeworfen das war mehr Fallschaden als ich dachte Upsi Au 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 okay ich glaub ich ich bin in meinem falschen Bett gespawnt das war nicht so gut äh ich geh wieder runter zu Niki fragen was los ist ähm oder ob alles okay ist darf ich dich ganz kurz mit runterziehen ja kannst du geil so könntet ihr noch ein Netz mitbringen warte mal warte mal noch nicht ich muss noch Blut aufpacken ähm ich glaub wir haben kein Netz mehr kein Poly mehr dafür äh so aber ich bin ready um mitgenommen zu werden nackt so wie du bist ja ja nackt so wie ich bin so wie Gott mich schuf ich hab äh alles Schlafsäcke mitgenommen dafür äh klug ja die hätte ich direkt mitnehmen müssen daran hab ich nicht gedacht ich hätte der größte Fehler den ich gemacht hab mit Abstand der größte Fehler ist dass ich zu weit reingegangen bin und die aggro gezogen haben ich dachte nicht dass die so schnell aggro ziehen weil wir vorhin gefühlt mit Mounts weiter drin waren als ich jetzt ohne Mount aber man lernt nie aus hat Benjamin Blümchen immer gesagt ja das ist lustig weil ich vorhin noch zu Holla also noch gesagt hab dass Holla quasi sich besser vorbereiten muss und dann fahren wir hier hin und nehmen keine Schlafsäcke mit das ist halt nicht so smart ja wir hatten aber auch nicht die Intensiv ja das ist hier achso doch ja du kannst mich hier auch gleich einfach reinschmeißen hast du Blut im Inventar danke schön ja ich hab Blut im Inventar ich möchte nur einmal bevor ich gezogen werde äh ja lauf einfach mal rein und hol deinen Blut weil er hat noch auch drauf mir ich würd gerne ja ja ich hab nur hier die Schlafsäcke gedroppt damit du die dann platzieren kannst weil wenn ich da mit reinlaufe dann sind die wieder drin und nicht platziert und ich kann die hier grad nicht setzen Bluse kannst du die einmal platzieren nein die sind personalisiert ihr müsst jeder selber einen Schlafsack platzieren wenn ihr das mit Schlafsäcken machen wollt das ist natürlich richtig ich kann sie aufheben damit sie nicht die spawnen ich komm gleich wieder ähm so er hat immer noch Agro auf dir was ich großartig finde ich krieche jetzt unter dich so wir haben jetzt äh okay ich bin in er hat mich er hat mich draußen ach ja stimmt das war noch sowas mit man sollte das nicht so nah am Tunneleingang machen weil sonst nimmt er dich mit raus ja er nimmt mich mit raus nach oben schluse kannst du an den Rand fliegen und dich grabben lassen ich hab dir ungern muss ich gestehen aber ich kann seine Hand rot ziehen Niki ich hab dir Blut in den in den Dings in den Stego gezogen okay dann ist er geträgt wenn ich jetzt absteige da müssen irgendwie zwei Blut oder in dem Stego sein das müsste reichen das was ich noch reingezogen bekommen hab ich hab den Deathmodus gezähmt hat funktioniert hast du toll gemacht Pia du hättest die Schlafsäcke vorher platzieren sollen aber sonst ich hab die nicht platziert bekommen ich schmeiß die mal in den Stego rein bevor die Gonsen sind so okay das nächste wird besser durchgeplant werden ja das hat super funktioniert ich weiß nicht wie viel Effektivität hattet ihr denn oh je also dadurch dass Pia zweimal gegessen wurde 50 ach wenn man stirbt dann kriegt das verliert das Effektivität nein deshalb musst du halt also ihr habt das jetzt nur mit Menschen gemacht ihr habt da nichts dran ihr habt kein genau und deshalb wechselt man immer weil dann zieht der sich quasi also wenn du dann Moshops dran hängst dann geht der auf 100% Effektivität hoch und wenn du dann selber dran gehängt wirst dann geht der Taming Prozess voran aber die Effektivität sinkt währenddessen wieder wenn man selber dran hängt das heißt deshalb wechselst du immer zwischen Moshops und einem selber damit du quasi immer wenn der bei Moshops auf 100% ist hängst du dich also mit dem Moshops wieder auf 100% gekommen ist danach hängst du dich dran um weiter Alter ist ja kompliziert ja damit du also wenn du halt wirklich high level zähmen willst musst du das am besten also das machen wir safe dann für die Hochlevel Dinger machen wir das aber es ging ja jetzt erstmal nur darum einzuhaben damit wir auch Blut farmen können weil das sollte ja jetzt schneller gehen oder 4 level also Problem ist das ist eine Höhle und wir können nicht in Höhlen bauen deswegen können wir keine Schlafsäcke platzieren ich bin schon wieder da nein nein ich meine für die Zukunft achso ich würde da einfach draußen oben so eine kleine Taming Cave bauen einfach wo man einmal quasi so eine richtige Blutbank hat fliegst du gerade mit Angie in den Desmodus Höllentunnel ich würde niemals reinfliegen nein ich habe nur meine Sachen geholt au aber ich werde vermutlich gleich sterben nein ich bin ein Profi was hat mich da überhaupt angegriffen ich bin ein Profi das war überhaupt nicht knapp ich würde niemals dein Agentavis gefährden ich wäre da niemals her geflogen wenn ihr nicht hier wärt Angie hat den höchsten die hat den 50er Ausdauerwert ja oh scheiße ich fasse die nicht mehr an warum heißt die nur Angie warum heißt die nicht fasse mich nicht an mit der 50er Wert scheiße sorry ey ja stimmt wir könnten anfangen die Werte mit dran zu schreiben ja hier kannst du das Zeug aus dem Stego mitnehmen ich würde gerne aber ich darf mit Angie nicht in diese Höhle du fliegst ja nicht in die Höhle ich kann auch den ich kann auch Steven so hinstellen dass nichts aus der Höhle rauskommt damit er rausschwimmt ich kann jetzt steht Steven so dass nichts mehr aus der Höhle rauskommen kann ich weiß nicht wenn dein Zement so anlacht dann kann ich nicht widerstehen wenn du das mitnehmen könntest dann nehme ich Steven mit und dann sind wir fein ich habe alles rausgezogen ich sitze dann fängst du bis zurück jawoll ich bringe Angie zurück ich habe Angst dass ich hier verbannt werde wenn ich die töte ich muss mir die auch noch einlesen dann schreit mein System nächstes Mal Achtung das ist der 50er so streamen so zähmt man das Modus übrigens nicht kann man das machen aber dann ist er halt aber es war lustig ja es war ja nur ein Level 50er dankeschön Jay für den Raid vielen Dank war der Jagen 10 immer noch Level 50 ne 70 glaube ich ja es ist der erste jetzt fahren wir damit los oder 76 Level was macht das für einen Unterschied man hat er 76 man kann sehr viele Level machen oder 80 oder so 82 ich dachte 100% ist einfach verdoppelt nein nein warte nein 50% mehr oder nicht ich habe keine Ahnung ich glaube 82 Level sind das immer max aber da hinten nicht beim hä ups ähm danke Steven ist krank ich weiß nicht warum wie Steven ist krank Steven ist krank der liegt ganz krank auf dem Boden ich kann mir nicht erklären warum cryo sickness auf gar keinen Fall warum hast du denn da oben hingestellt weil ich dachte ich hätte die Fledermaus auf der Hotbar aber ich hatte Steven auf der Hotbar also die Sache ist halt wir könnten theoretisch gesehen direkt noch ein holen wir haben immer noch 105 Blut haa nein nicht schon wieder tschüss Pia alter macht dein Körper durch die Gegend ah ich hasse alles ich weiß halt auch nicht welches Bett jetzt das unten ist ich muss die umbenennen in den unten und oben damit ich nicht die ganze Zeit oben lande dann ach so ja ich kann die da oben nochmal umbenennen gleich alles gut ich kann auch die unten umbenennen es ist nur so ne 50 50 Chance wo ich lande loser ja hast du gerade cryo cooldown ich hab keine ich bin aber auch gerade nicht an der Base ich hab keine du kannst das mir geben ich kann es dir platzieren warum haben die greifen alle ein Kack Level 95 reicht mir nicht so Blut ist gesaved wo bist du denn damit ich dir deine Fledermaus platzieren kann wie oben das ist ein Futtertrog alter sieht das lustig aus lol hier hab ich übrigens leider keinen Fallschaden bekommen ich glaube weil ich auf Pias Kopf gelandet bin nein das war der falsche warte das ist der richtige weil ich auf Pias Kopf gelandet bin ist das das richtige Viech nee du möchtest denn das Modus haben das ist der Vierer was ist denn das andere was du mir da hingelegt hast der war leer ach so alter das Ding ist ja mega hübsch das ist ja weiß ich hab's so schön ausgesucht Pia ja weil ich den auch ausgesucht hab ich find den mega hübsch holy shit also der sieht süßer aus als die Schweine die ich breede apropos Schweine wo bist du denn sollte man Futtertrog irgendwie da steht haben wir ja das ist der Futtertrog dieses lustige Ding aber das Schweinchen da hinten hat kein Symbol liegt da nichts drin das hat doch keine 10% oder ach so doch jetzt doch aber die Sachen haben na doch warte es hat einen es hat einen Drog ich bin nur blind okay perfekt also ich find die die Fledermaus sieht besser aus als das Schweinchen wie breedet man jetzt haben wir eine sehr ähnliche Nase true und auch ähnliche Ohren nur halt das eine sehr viel größer skaliert und auf den Dingern kann man dann auch fliegen ja ja ich brauch noch 4 Level dann kann ich den Sattel das heißt wir holen heute noch ein Max Level Vee dann bist du halt erst im Moshops Team ja und wir brauchen auch erst einen Sattel damit der Transfusion machen kann also der sammelt kein wir brauchen für die Max Level nicht so viel Blut ich hab geguckt wenn wir nochmal alle aus dem Team ausschlachten ja aber also angenommen wir würden einen Desmo Desmodus heißen die Viecherze und wir würden einen machen mit Stufe 150 dann bräuchten wir angeblich wenn ich meiner App glaube nur 30 Blutpacks ja die Sache ist eben hat's auch nicht ganz gestimmt weil das war ja ein 50er und du bist auf jeden Fall zweimal gestorben und er war nur nicht voll und in der Ding steht er braucht 19 und dann hat er eher so 21 gebraucht also hat der wirklich 21 gebraucht? glaube ich nicht der hat nicht ne es sind drei es waren ein paar extra weg weil ich erst vom Falschen angefasst wurde und der angefangen hat mich auszusaugen ja aber der schmeißt sich ja nach genau 10 raus das heißt er hat dich dreimal gegrappt das heißt auf jeden Fall über 20 ich war das nach dem ersten Grab irgendwie 48% dann 96% und dann hab ich ihn ja fertig getamed also es waren ein bisschen mehr als 20% ja aber er wird ja nicht also er wird ja trotzdem er wird 40 vielleicht brauchen der 150er oder meinetwegen auch wenn er 100 braucht wir haben alleine jetzt 105 Blut gerade wenn wir nochmal 20 Minuten Blut farmen haben wir 200 Blut 200 Blut reicht auf jeden Fall aber die müssen ja eh erst mal respawnen jetzt da ja warum hab ich was ist mit meinen Haaren passiert? warum hab ich ne andere Frisur? schön dass wir jetzt auch auf mich grad die schönste hat Pia mir die Haare gestillt als ich weg war? hör dir ihre dreckige Lache an das beantwortet die Frage jetzt sollte ich auch mal meinen Hexenhut abnehmen was ich darunter verbinde das war ein Kriterium das ist in etwa drei Stunden her dass ich dich geschoren hab ja meine Haare waren ja kürz ich hab die komplett rasiert vor drei Stunden und hab mich commuted und im Stream gelacht und hab nur gesagt oh das fällt dem safe auf ich hab selber schon vergessen stimmt man könnte jetzt auch Jay wieder farmen der ist ja ausgelockt aber wann war ich ausgelockt? ne du warst nicht ausgelockt du hast mich einfach so geschort und du standest bei der Werkbank und hast nachgeguckt was du für irgendwas brauchst und ich hab mich hinter dich gestellt und hab dir die Haare rasiert hallo 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 ich hab grad zwei Stunden nur an Order gedacht während du mit Gänsen gespielt hast oder was war heute? ja 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 und es sind zwei Stunden nur so oh mein Gott ich könnte jetzt einen 155er Order zählen also beautiful auch der Vogel sieht auch ein bisschen fertig aus ne der sieht ein bisschen irgendwie erschlagen aus für mich wie wir einmal so mit einer großen Bratpfanne drauf gehauen so fühle ich mich wenn ich einen Tag lang zu viel getrunken hab und am nächsten Tag in der Früh um sieben aufstehen muss wer macht das denn? menschen wie war das auf der Gamescom? wie war das auf der Gamescom? oh die Gamescom ja okay beautiful da macht man sowas okay I see so ich melde mich hier mal ganz kurz ab ich bin dann gleich wieder da aber ich bin mal ganz kurz raus so lieber Stream ich bin für heute aber auch mal raus mit dem Stream weil wir streamen schon wieder seit neun Stunden und mein Kopfi macht langsam nicht mehr mit es ist ein schöner runder Stream wir machen jetzt noch ein bisschen ein entspanntes Off-Stream-Farmen das ist jetzt aber nicht mehr so spannend wir sehen uns morgen wieder im Stream ich guck mal ab wann ich morgen da bin ich würde sagen spätestens 14 Uhr vielleicht aber auch schon also ich würde super gern morgen vormittags kommen ich hab geguckt es kommt ein bisschen drauf an wie lange ich also wie gut ich heute schlafe wenn ich gut aufkomme morgen dann würde ich eventuell zwischen neun und zehn Uhr morgen starten schon und dann einfach so tagsüber reinfarmen quasi dann so bis 20 Uhr das heißt morgen geht's weiter damit es hat super viel Spaß gemacht ich hoffe ihr hattet auch so viel Spaß boah ich hoffe ihr hattet auch ich hab unendlich viel Spaß ich liebe dieses Projekt es ist sehr sehr schön dass wir das jetzt machen bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.